Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Okay, wir sind ein bisschen später dran dieses Mal, denn am Donnerstag war bei uns ja der typische Vatertag und alle waren gefühlt besoffen und das Wetter war auch so gut, dass auch ich, also ich habe mich nicht abgeschossen, also ich war auch nicht los mit den Jungs, aber ich dachte, Mensch, lass uns doch mal raus, Tigern und ein bisschen entspannen und habe ich den Chris angeschrieben und gesagt, Mensch, wäre es vielleicht auch möglich, ob wir uns vielleicht am Freitag zusammensetzen. Bei ihm passte es ganz gut und deswegen nehmen wir heute am Freitag auf. Mal gucken, wann das Ganze veröffentlicht wird. Wir sind wie immer vorsichtig optimistisch, dass es vielleicht sogar heute schon diesen Freitag rauskommt. Schauen wir mal, ansonsten kommt es ein bisschen später. Es ist ja heute tatsächlich auch gar nicht so sehr die Breaking News, die im Vordergrund steht, sondern eher ein Rückblick auf den Backlash-Pay-Per-View in Frankreich und ein bisschen natürlich auch den Rückblick auf die RAW-Ausgabe, wo WWE ein bisschen das King-of-the-Ring-Format so Richtung New Japan-Style versucht hat zu verlagern. Man gibt dem Ganzen jetzt doch ein bisschen mehr Gewicht, inszeniert das auch deutlich seriöser und auch Sport-Competition-mäßiger, als man das unter Vince McMahon recht häufig erlebt hatte. Da hat man das irgendwie so reingeklatscht, um irgendwie Content zu haben. Hier wirkt es zumindest ein bisschen so, dass man den sportlichen Aspekt etwas mehr in den Vordergrund zu stellen scheint. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Also haben wir eine ziemlich grundsätzliche Review-Episode vor uns, bei dem das Vergangene im Vordergrund steht und eben nicht irgendeine Breaking News oder der konkrete Blick in die nähere Zukunft. Das lassen wir natürlich heute auch nicht ganz außen vor, aber wir werfen den Blick eher zurück, als dass wir ihn nach vorne werfen. Das ist vielleicht ein ganz guter Aspekt oder ein gutes Stichwort, den Blick nach vorne richten. Nicht nur für mich, denn ich bin so ein kleines bisschen angeditscht, wie ihr das hört, habe mir wohl beim Radfahren einen aufgesagt, aber noch deutlich angeschlagener, deswegen bin ich umso glücklicher, dass er da ist, ist heute offenbar, er wird es euch gleich erzählen, unser Chris aus München, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag, ja, so meine Stimme ist ziemlich angeschlagen, aber das Ganze war noch viel schlimmer am Montag. Ich hatte schon Sorge, dass wir sehr, sehr früh die Review aufnehmen müssen und da hätte ich dann absagen müssen tatsächlich, deswegen bin ich auch um die längere Pause dankbar. Und es geht auf dem Weg zur Besserung. Ich habe mir kränklich den Backlash Pay-Per-View angesehen, ich werde dazu mal nichts sagen zum Pay-Per-View, aber ich bin froh, dass langsam bergauf geht gesundheitlich und ich jetzt alles hinter mir habe, Gesundheit, Umzug und Equipment und Materialien für die Wohnung, also war hektisch, aber jetzt bin ich angekommen und ich freue mich mit dir einfach mal in Ruhe, die Geschehnisse zu besprechen. Ja, du hast gesagt, du wirst zum Pay-Per-View nichts sagen, das wird natürlich nicht funktionieren, wir werden den Pay-Per-View besprechen und dann werde ich dich schon dazu zwingen, dass du dazu auch was sagen wirst, aber ich glaube, du hast es jetzt nicht in Relation zu deiner Krankheit setzen wollen, so habe ich dich verstanden und ja, gucken wir mal, wie der Pay-Per-View denn uns gefallen hat. Das sage ich jetzt nicht nur vor dem Hintergrund, dass wir natürlich wie immer unseren Senf dazugeben, sondern taufrisch reingekommen. Der gute Chris hat mich eben gefragt, auch die Melzer-Sterne, die wir hier tatsächlich, mal schaffen wir es, mal nicht, mit reinzwirbeln wollen in die Besprechung dieses Pay-Per-Views. Das ist ganz interessant, ich kenne diese Melzer-Sterne jetzt schon, Chris noch nicht und dann wollen wir doch mal gucken, wie der gute Dave das im Vergleich zu uns eingeordnet hat und wir werden wieder lustige Sterneraten spielen, ihr könnt gerne mitmachen. Ich werde Chris bei jedem Match, nachdem wir es besprochen haben, die Frage stellen, wie glaubt er, hat der gute Dave das Ganze denn bewertet und es macht eigentlich immer recht viel Freude und Spaß, wenn wir das mal einstreuen können. Setzt eigentlich voraus, dass wir den Wochenrückblick immer am Freitag machen, weil Melzer, der Observer, ist bei uns eigentlich immer so erst am Freitag, im Laufe des Tages am Ankommen sozusagen und, Entschuldigung, vor dem Hintergrund können wir es eben nicht so häufig realisieren. Ich würde vorschlagen, mein lieber Chris, wir gehen gleich mal in die Pay-Per-View-Backlash-Card rein. Bevor wir das aber machen, muss ich die Frage einfach vorab stellen, denn wir haben ja bei der letzten Wochenrückblick-Folge ein bisschen drüber philosophiert, wie werden die Fans wohl Cody annehmen, wie werden die Fans generell bei diesem Pay-Per-View reagieren und agieren. Und ich habe damals, damals ist gut, vor einer guten Woche gesagt, also ich bin mir sicher, die Fans werden WWE hier aus der Hand fressen, sie werden Cody aus der Hand fressen, sie werden alles abfeiern, was man ihnen gibt. Ja, Chris, ich glaube, ich habe ein bisschen untertrieben, oder? Das war ja eine Crowd, wie sie in der Form ja kaum vorherzusehen war im Vorfeld. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Sie waren laut, sie waren euphorisch, sie haben die Show, ja man kann sagen, sie haben sie sogar ein Stück gecaptured, ohne sie wirklich entführt zu haben, aber dann haben sie sie doch irgendwie entführt. Ich weiß nicht, die Reaktionen waren von die beste Crowd, die ich je erlebt habe, bis hin zu, hui, ein bisschen war mir das fast schon too much. Deswegen, bevor ich da jetzt meine, ja, meine erste Einschätzung raushau, frage ich mal, Chris, wie hast du es wahrgenommen? Man kommt ja an der Crowd nicht vorbei. Nee, auf gar keinen Fall. Ich dachte, wir werden wahrscheinlich erst zum Main Event über die Crowd reden. Der gute AJ hat ja da einen tollen Song bekommen von den Fans, aber sofort wurde einem klar, okay, wir sind tatsächlich in Europa. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Die europäische Crowd, nenne ich sie mal, ist eher durch, ja, UK, glaube ich, bekannt, so um die, die Shows ein bisschen zu capturen, beziehungsweise vielleicht sogar die Show ein bisschen zu entführen. Aber dadurch, dass wir ja keine Pay-Per-Views haben, die wir großartig in Relation setzen, war immer so, okay, wenn man in London ist, dann wird es interessant. Oder als man in Clash at the Castle war, oder bei Clash at the Castle, jetzt habe ich vergessen, wo man da war. Aber man hat immer schon so eine Einstellung drauf, dass man etwas Neues erwarten kann. Denn in Amerika, glaube ich, hat man sich auf What und This is Awesome, glaube ich, ziemlich reduziert. Und hin und wieder gibt es einen Pop, wenn die ersten Melodie-Dränge zu hören sind. Und man hat sich daran gewöhnt. Und ich denke, wir waren uns auch alle einig, so mit Daniel Bryan haben die Fans dann so ihr Kunststück vollbracht. Und danach wurden sie so ziemlich erzogen. Da war wie so der Elternteil, der gesagt hat, okay, jetzt dieses Spielzeug kriegt sie noch, danach ist Ruhe. Und wir haben danach eigentlich nichts Großartiges mehr oder Ähnliches mehr erlebt. Wahrscheinlich gibt es ein paar Ausnahmen, die mir jetzt nicht einfallen. Aber Daniel Bryan war da schon sehr besonders. Und da haben wir, glaube ich, auch in Revenue for the Roads oftmals drüber gesprochen. So auch in der Preview. Aber das hier war unglaublich. Also ich werde da jetzt nicht nach Worten ringen, sondern sagen, das war irre. Also die Lautstärke und die Gier offenbar, die dort herrscht. Und jetzt wohl nicht nur in Frankreich, sondern in Europa, nach WWE-Pay-Per-Views oder PLEs, wie auch immer man das benennen macht, scheint sehr groß zu sein. Man hat die Chance genutzt, man hat sich gefeiert, man hat die Show wohl gefeiert, man hat, glaube ich, einfach das ganze Spektakel gefeiert. Und das war eigentlich ganz cool. Wobei, jeder mit dir mit, beziehungsweise mit der Aussage, es gibt da wohl auch bei Fanreaktionen den schmalen Grad, wo es zu viel wird. Wo man sagen muss, okay, was genau machen wir hier? Hin und wieder haben sie ja vielleicht sogar vom Match abgelenkt. Das mit AJ fand ich ziemlich cool. Das hat einen super Klang gehabt. Aber man ist das, glaube ich, auch nicht gewohnt. Von daher ist es schwierig einzustufen. Dennoch, Respekt an die Crowd, das so lange durchzuziehen. Ich denke, das wird wohl auch WWE zeigen, dass die Gier groß war. Ich denke, die werden wohl ziemlich auf Reaktionen. Es wird denen zwar nicht egal sein, aber ich denke, der Ticketverkauf wird am interessantesten sein. Und der scheint wohl gut gelungen zu sein. Also ich denke mal, das hier war sicherlich nicht der letzte in Frankreich, beziehungsweise in Europa gibt es den ja demnächst schon. Aber ich muss sagen, das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Nicht nur wegen Lautstärke, sondern einfach wie man, wie kreativ man war auch. Also das ist, von daher muss ich sagen, Respekt an die Fans dort. Brauche jetzt nicht dreieinhalb Stunden sowas, um ehrlich zu sein, weil es dann, glaube ich, den einen speziellen Popmoment ein bisschen niedermacht. Wenn man jetzt irgendwie so ein Upset oder Pinfall mitnimmt. Aber alles in allem fand ich es ziemlich cool, auch das Pinfall zählen auf Französisch. Und wie gesagt, von AJ, ich möchte es jetzt nicht versuchen, auf Französisch wiederzugeben. Sonst werden mich viele auslachen. Aber das waren coole Sachen von den Franzosen in der Halle. Und ich muss sagen, das macht Laune, einfach um zu sehen, was werden zum Beispiel die deutschen Fans schaffen. Oder was erleben wir dann? Keine Ahnung. Wo auch immer man dann hinkommt, wird es immer wieder dann ein neues Erlebnis geben. Und im Vergleich danach, um zum Ende zu kommen, Monday Night Raw war ja dann fast eine Bibliothek. Und die haben sich dann wieder auf ihre Award Chants verlassen. Und Dakota Kai war dementsprechend auch ein bisschen enttäuscht. Aber alles in allem, das war cool und gibt für mich irgendwie so einen extra Punkt für den PayPal, weil es einfach besonders war. Ja, bin ich auch tatsächlich komplett bei dir. Du meinst diesen Elevremont Phänomenal-Chant, den sie da verpasst haben. Ich glaube, Stiles hat selbst gar nicht gepeilt, was das da war überhaupt. Der dachte, was ist denn da los? Hat wohl nur Phänomenal rausgehört oder mehr hat er vielleicht nicht rausgekriegt. War schon interessant, zumal er sonst ja auch tatsächlich so ein bisschen die obligatorischen Heal-Boo-Reaktionen dann bekommen hat. Und Cody natürlich der umstrahlte Held war, den wir alle wohl auch erwarten durften. War das natürlich ein Chant, der wirklich auf Stiles zugeschnitten war. Ich fand die Reaktion auch durch die Bank weg super. Eine Zeit lang dachte ich, alter Leute, eigentlich zelebriert ihr euch jetzt gerade selbst. Gerade, dass sie nach wirklich jedem Two-Count dieses En Deux Saint-Plemore-Deux rausgeknallt haben. Und dann noch dieses This Is Awesome in Saint-Plemore-Deux weitergesungen haben. Es gab einige Near Falls im weiteren Verlauf der Show. Und eine Zeit lang dachte ich, Mann, Leute, langsam nervt's. Aber je länger ich drüber nachgedacht hab, dachte ich, nee, ich find's eigentlich total cool. Weil es ist so dieser, ich weiß nicht, wie ich's beschreiben soll. So Dr. Jekyll, Mr. Hyde oder Harvey Dent Two-Face mäßig. Einerseits sind sie die perfekt WWE erzogene Crowd. Und andererseits so ein kleines Zeichen von Rebellion dabei. Wir machen die Show so, wie wir wollen und lassen uns von WWE so gar nicht in die Suppe spucken. Und wenn uns danach ist, dann machen wir eben unseren Saint-Plemore-Deux-Count. Weil uns irgendwie, jo, die Nase danach gewachsen ist. Und ich glaube, da war WWE zu Anfang sehr glücklich. Eine Zeit lang dachten sie vielleicht nachher, das macht meine Match-Dramatik kaputt, wenn die Fans da irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und genau deswegen fand ich's tatsächlich sogar richtig, richtig gut. Weil das ist mir alles zu glatt mittlerweile, wie die Fan-Reaktionen bei WWE sind. Auch mit Cody. Also wenn ich über glatt rede, ist Cody für mich immer das Paradebeispiel. Wenn Cody als Superstar bei WWE funktioniert, dann ist das ein Indiz dafür, wie die Fan-Reaktionen im Moment sind. Und wie die Fans auch drauf sind. Und das ist mir eben ein bisschen zu glatt. Für WWE ist es super. Die sollen sich da bitte auch natürlich vollkommen zu Recht drüber freuen. Aber solche Geschichten finde ich dann immer so ein kleines bisschen, ja, um im Französischen zu bleiben, individuell, ja, oder ich weiß gar nicht, wie individuell. Ja, bestimmt wird so ausgesprochen, ich hab keine Ahnung, wird mir da kein anderes Wort für geben, müsste ich mal prüfen. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön. Und hat auch tatsächlich für mich die Show deutlich angenehmer gemacht, als ich sie sonst wohl wahrgenommen hätte. Auf jeden Fall. Wenn gleich sie, das muss man auch, glaube ich, oder kann man vorweg schicken, wirklich nicht schlecht war. Also das war auch jenseits der Crowd eigentlich eine ziemlich gelungene wrestlerische Show. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dass, ich weiß nicht warum, es war, es floss wirklich gut. Es gab kaum nervige Commercials während drin. Man kam relativ flott von Match zu Match zu Match. Und das hat mich in Australien deutlich anders wahrgenommen, was die Ausschlachtung zwischen den Zeilen anging. Aber ich weiß nicht, vielleicht lag es auch nur, aber es war ja die Primetime auch. Also ich hab's ja live geguckt. Ich versuche ja WWE-Shows nicht live zu gucken. Aber das konnte man, oder konnte ich da jetzt nur nicht verhindern. Und ja, floss wirklich sehr, sehr angenehm und fresh vor sich hin. Gut, gehen wir mal rein in die Kart. Wir hatten als erstes Match, bin ich als Opener auch sehr gut gewählt eigentlich, die Bloodline, Solo Sikoa als wohl ziemlich sicher neuer Leader. Also was man jetzt in WWE News gelesen hat, ist ja kein Geheimnis, dass Solo Sikoa jetzt als der neue Star intronisiert werden soll und auch inszeniert werden soll. Tama Tonga war schon da im Verlauf des Matches, haben wir gesehen, ist nun auch Tangaloa dazugekommen. Und es soll da ja jetzt wohl noch eine Verstärkung der Bloodline geben. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Also es riecht immer mehr nach Bloodline Civil War, wenn Roman dann wieder zurückkommt. Aber das ist Zukunftsmusik. Wollen wir hier nicht weiter, an dieser Stelle zumindest nicht weiter drüber reden, sondern über das erste Match. Die Bloodline mit Tama Tonga und Solo Sikoa eben gegen Randy Orton und Kevin Owens. Die erste Entrance des Pay-Per-Views bekam Kevin Owens und ich weiß nicht, ob das Überwältigung war von Kevin, der gar nicht mehr in den Ring gehen wollte, sondern da bei dieser Kurve im Entrance-Bereich einfach stehen geblieben ist, mehrfach zu den Fans gekrabbelt ist und mit denen gekuschelt hat. Also, dass das wirkte schon, also ich weiß nicht, ob es so gewollt war, dass man ihn da stehen lassen haben wollte, dass er das Skript gebrochen hat und für sich da stehen wollte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das schon ziemlich special. Für Orton gab es fast noch größere Pops. Die Crowd hat, das habe ich noch nie erlebt, hat jedes Wort von Orton's Theme mitgesungen. Wirklich jedes. Was natürlich schwierig war, wenn es dann zu den hohen Schreitonlagen kam. Da war die Crowd ein bisschen überfordert. Das sollte aber auch nicht überraschen. Also Orton war, glaube ich, auch sehr, wie soll ich sagen, berührt. Seine typische Signature-Geste da in der Ringe gesteht und dann die Arme ausspreizen und sich bejubeln lassen. Das war fast der größte Pop des Abends, habe ich das Gefühl gehabt. All das war wirklich wie für Randy gemalt. Und wir haben es ja schon angesprochen, solche Sachen, da steht er drauf. Und für solche Sachen ist er zurückgekommen. Und wegen solcher Sachen genießt er auch seinen Run auch völlig zu Recht. So, die Bloodline kam dann an den Ring. Heyman spielt immer noch Paul den Eingeschüchterten. Und Solo und Tamatonga kamen an den Ring. Und als sie da waren, gab es dann auch gleich eine Prügelei. Und ich fand es eigentlich ziemlich cool gelöst. Wenngleich ist natürlich jetzt nicht die größte Autorität des Managers unterstreicht. Er kam dann raus. Wie ist denn der GM nochmal? Nick Aldis. Nick Aldis, genau. Nick Aldis kam dann raus und sagte, das kann wohl nicht sein. Ihr solltet euch hier nicht irgendwie die Refs da verprügeln. Und was fällt euch ein? Naja, aber wenn ihr schon so drauf seid, machen wir eben Streetfight, damit keiner mehr verletzt wird. Da dachte ich, wunderbar. Also das ist doch mal ein Zeichen in Zukunft. Einfach nur prügeln. Ja, dann kriegt ihr schon das, was ihr wollt. Das war jetzt nicht die stärkste Autoritätsaktion von Nick Aldis. Aber es war natürlich, in Bezug auf die Stimmung in der Halle, ja genau das, was die Fans wollten. Ja, und dann ging es los. Wir haben einen knapp 20-mütigen Streetfight bekommen. Mit allem drum und dran. Teilweise in Stereo. Also es war dann nicht so, dass zwei Leute sich irgendwo geprüht haben und die anderen beiden lagen drumrum. Nee, die haben sich tatsächlich beide Prügelpaare sozusagen immer an verschiedenen Enden der Arena zeitgleich geprügelt und solides Slugfest uns geboten. Und ja, also ich habe, das ist schon ein paar Tage her, dass ich die Show geguckt habe. Deswegen habe ich jetzt den genauen Matchablauf nicht mehr en Detail drauf. Aber man hat eigentlich alles um die Signatures gebaut. Insbesondere der RKO wurde alle Nase lang abgefeiert. Deutlich mehr natürlich als der Stunner von Kevin Owens oder der Sam Owens Spike von Solo Sikoa. Aber es passte eigentlich schon. Und die Matchgeschichte war, und ich habe es eigentlich auch fast, ich hätte es gekauft, ehrlich gesagt, wenn man die Faces hier dann doch gewinnen lässt, weil es einfach so für den Pop in der Halle gut gepasst hätte. Aber das ist ja nun mal mehr als eine Hausshow und es geht Storyline-mäßig dann ja doch in Richtung Solo und Bloodline-Chef. Also das haben wir auch im Vorfeld gesagt, musste die Bloodline hier gewinnen. Und ja, ich musste so an Claudio denken, als dann der vermeintliche Three-Count durchging und Tangaloas einziger Spot es war, diesen Three-Count zu unterbinden. und Claudio würde sagen, und selbst das hat er verbotscht. Nicht mal das hat er hinbekommen. Da gibt es so ein lustiges GIF von, sagt man GIF oder GIF? Ich glaube, GIF sagt man, ich weiß es gar nicht. Kannst du mir helfen? Du bist ja die junge Generation. Ich glaube, das G steht für Graphic, also G. Witzen, genau, ein GIF, kein GIF. Ja, alles klar. Genau, also ein GIF, wo man aus der Perspektive der Kommentatoren sieht, wie Tangaloa aus dem Ring kommt und der Ref beim dritten Mal, wo er die Hand auf die Matte wirft, sich quasi selbst aus dem Ring rollen muss, weil Tangaloa seinen Einsatz verpennt hat. Das sieht man tatsächlich, wenn man die Show sieht, eigentlich nicht, weil die Kamera es sehr, sehr gut eingefangen hat. Aber aus der Perspektive, hei, 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 da hat Tangaloa gleich mal seinen Spot übelst verballert, wenngleiche Storyline-mäßig natürlich super war, dass durch Tangaloa am Ende die Bloodline dann gewonnen hat. Alles kuschelig, auch fand ich sehr gut gesailed, wie nachher Orton und Kevin Owens zusammen sich stützend aus der Halle geschlichen sind. Und das war, ja, war ein flotter Open. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich weiß nicht, Chris, ich habe jetzt ja bewusst so ein paar Details rausgelassen, weil ich mich einfach nicht mehr so richtig an Sie erinnern kann. Wir haben schon auch sick Spots mit Stühlen und Tischen gesehen. Also das war, da war alles drin. Also ich muss sagen, die haben sich nicht geschont. Ich merke vor allem, es kann natürlich auch sein, dass das schlechte Erinnerungsvermögen ist, aber mir kommt es vor, als hätten Streetfights irgendwie in letzter Zeit bei WWE doch schon an Level zugenommen. Also ich erinnere mich da No-Disqualification-Matches irgendwie, wo man gerade mal einen Stuhl ausgepackt hat, der auf den Rücken ging. Mittlerweile geht man da echt aufs Ganze. Also man hat auch bei WrestleMania gesehen, die beiden, ja, ich nenne sie mal Hardcore-Matches, waren da doch mit einigen Aktionen gespickt, die sehr hart waren. Und hier, ich meine, der Brain Buster auf die Stühle. Ich muss sagen, ich würde sehr gerne wissen, wie man den nimmt, ohne irgendwie, dass man da die größten Schmerzen mitnehmen, wahrscheinlich gar nicht, sondern man erträgt es einfach. Das war sehr brutal. Generell hat man sich hier überhaupt nicht geschont und hat sämtliche Gegenstände genutzt. Wichtig für mich war auf jeden Fall, dass die Bloodline das Ding hier gewinnt, denn das hatten sie bitter nötig. Wir haben die Niederlagenserie von Solo angesprochen und den Grund, warum er Jimmy rausgehauen hat, der keinen Sinn macht. Deswegen war es wichtig für mich, dass sie das gewinnen. Auch wenn ich natürlich die Argumentation verstehe für einen Face-Win, nachdem die Fans ja richtig gut drauf waren. Ich finde auch, dass die Stipulation gut war und wichtig und ich finde, dass man das ganz cool gemacht hat. Also, dass Nick Aldis da rauskommt und da nochmal den Fans Benzin gibt für noch mehr Jubel, das war schon eine gute Idee. Und das haben die vier gut umgesetzt. Owens schont sich sowieso nie. Orten hat man, glaube ich, aus dem Gröbsten rausgehalten, nachdem sein Rücken ja aus Pappe besteht mittlerweile. Ja, Stoltenheim technisch hast du schon angesprochen. Also, das wird ein Civil War. Ich halte mich ein bisschen zurück noch. Ich finde es gut für Solo. Die anderen beiden, die müssen mich erst noch überzeugen. Du hast den Spot angesprochen. Ja, ich finde, Solo hat eine super Influence bekommen, damals mit dem Hoodie. Und natürlich im Main Event von WrestleMania Debüt zu feiern. Denke mal, was Größeres kannst du nicht bekommen. Und deswegen ist das hier, ja, vielleicht etwas in die Hose gegangen. Im Thumbnail, vielleicht sieht man ihm auch im Gesicht dann so, ach Mist, das Einzige, was ich zu tun hatte. Und selbst das war nicht zu 100% korrekt. Deswegen, ich bin happy. Das war ein super Match für mich. Ein toller Opener. Eigentlich ein fantastischer Opener. 20 Minuten. Generell haben alle Matches sehr viel Zeit bekommen. War jetzt nicht überraschend, nachdem es nicht so viele gab. Ja, also denke ich mal, hat man hier fast alles richtig gemacht. Und ich denke, wir haben auch alle hervorgesehen, dass die Bloodline sich hier mit einem Mitglied verstärken wird. So, ist jetzt die Frage, kommt da noch jemand dazu und macht dann 4 gegen 4 oder es wird dann einfach Roman mit den Usos. Das wird sich natürlich zeigen, aber für mich sehr, sehr wichtig, diese Bloodline-Storyline mit einem sehr starken Match zu unterstreichen. Deswegen, hier war viel Gefahr drin, aber man hat das super gelöst, finde ich, und den Fans auch auf jeden Fall was geboten. Sehr, sehr stiff. Ja, du hast, ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe. Du meintest, glaube ich, dass, ähm, ähm, sag an, Solo Sikoa bei WrestleMania debütiert hat. Ich dachte, der hat damals bei Clash at the Castle debütiert. Ah, Clash at the Castle, natürlich. Ja, ja, ja. Meine ich doch, ne? Da kam er gerade, das weiß ich auch, weil Fake Julian irgendwie da mit bei uns im Chat war und, äh, er da wusste viel über ihn zu berichten und meinte, der war bei NXT schon super und das wird jetzt auch funktionieren. Natürlich, ja, ja. Ja, genau. Okay, na dann, dann dachte ich, Vielen Dank für die Korrektur, ja. Nee, gerne, ich war jetzt so verwirrt, weil vielleicht habe ich irgendwas falsch abgespeichert, aber dann konnten wir das ja, bevor es, äh, äh, poste Userbriefe uns, ähm, ähm, äh, äh, schnell. Ja, das Postfach ist eh schon so voll. Ja, genau, das konnten wir dann schnell noch, äh, glatt ziehen. Ja, ähm, in der Tat, das war ein klasse Opener, du hast es eben schon angesprochen, es ist wohl relativ konkret, dass, ähm, der gute Jacob Fatou da irgendwie noch dazukommen wird, zur, zur Bloodline, aber bevor man das macht, wollte man offenbar Solo erstmal relativ stark darstellen, als neuen Leader, weil man so ein bisschen Angst hat, dass der Kollege Fatou vielleicht ihm den Rang, äh, ablaufen könnte. Und wenn man ihn sich anguckt, also, da ist ein bisschen Umaga drin, möchte ich mal sagen. Also da kann man tatsächlich, äh, schon drüber nachdenken, ob, äh, der gute, äh, Jacob Fatou vielleicht nicht derjenige sein könnte, der die Bloodline übernimmt. Deswegen, da muss man Solo schon doch sehr, sehr, äh, stark darstellen. Aber das werden wir alles abwarten. Also wenn man sich Jacob Fatou mal so anguckt, ei, 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 also da, da ist, da ist was, was da für die Bloodline noch relevant wird, ne, also. Er würde mich freuen, den zu sehen. Ich glaube, der passt gut hin. Total. Absolut. Ich will nur ganz kurz gucken, ist der, äh, so, Fatou is part of the, äh, okay, Logo, die ist, äh, ach, er ist der Sohn von, äh, von Sam Fatou, alles klar, wieder was gelernt. Ist das der von den Hedge-Schwinkers, oder, warte mal ganz kurz, was hat der denn? Ne, ist nicht von den Hedge-Schwinkers, alles klar, gut, werde ich dann weiter verfolgen. Auf jeden Fall, der passt dann auch wieder natürlich in die, äh, Bloodline-Geschichte wirklich mal richtig mit rein, weil er auch wirklich ein, ja, äh, Bloodline-Member der Family ist. Also mal gucken, das, das wäre schon der nächste Zuwachs dieser Familie und wird schon passen. Ja, mein lieber Chris, du hast schon gesagt, starkes Match, gehe ich auch mit. Äh, Melzer-Sterne-Raten ist angesagt, hau mal raus. Ähm, ja, das Thema ist für mich, das hier ist schon knallhart an der Grenze für Match of the Night, für mich, ähm, und das hat, äh, war sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall bei vier, ob ich weiter nach oben gehe, weiß ich nicht, weil dafür war auch das Team um Bloodline etwas, äh, sehr schwach dargestellt. Ja, vier ein Viertel mache ich. Ja, ich wäre bei vier, eher vier, aber vier ein, also genau so wie du hätte ich gerungen, ne, vier oder vier ein Viertel. Äh, Onkel Dave war tiefenentspannt und gibt gleich mal vier Drei Viertel. Der hat, ja, ja, der hat da richtig einen rausgehauen. für mich war das übrigens Match of the Night tatsächlich. Ja, ähm, und, äh, ja, also vier Drei Viertel ist eine Ansage, also. Das ist, ich glaube, höher wird es eh nicht gehen, also das ist schon heftig, also nicht schlecht. Äh, in der Tat, also, aber das, das war aber auch wirklich eine bärenstarke Kiste, muss man sagen. Ja, war gut. Also, wie du schon gesagt hast, gerade dieser, ähm, der, der Brain Buster, der Brain Buster auf die, also der Brain Buster ist so schon hardcore, den, den zu nehmen, ne, aber dann noch durch so eine Stuhlkonstruktion, meine Güte. Also, heftig, heftig. Also, das ist wirklich, äh, Watch-Empfehlung tatsächlich. Ähm, und auch deswegen gehe ich nicht höher, oder fällt es mir schwer, höher zu gehen, weil es einfach im Vorfeld leider zu klar war. Das heißt, es fehlt so ein bisschen diese, dieses, äh, investiert sein in, in dieses Match, weil eigentlich ja mehr oder weniger klar war, wie es ausging. Und dafür haben sie fast schon, also, haben sie overachieved, finde ich. Also, da haben sie richtig, das hättest du auch bei jedem anderen Pay-Per-View im Main-Event stecken können, und zwar ohne große Probleme, wenn du es entsprechend besser, Definitiv. Entsprechend besser aufgebaut hättest, ne, und da hast du ja einfach hier mit Owens und Orton das mehr oder weniger, keine Ahnung, Owens ist hier so die, die Allzweck-Füller-Waffe, die man immer rekrutieren kann. Und man muss es ehrlich sagen, Orton mittlerweile ja auch. Und, ja, dann weiß man Bescheid. Jo, nächstes Match. Bayley muss ihre Championship bei WrestleMania frisch gewonnen, das erste Mal verteidigen, und zwar gegen Naomi und Tiffany Stratton. Es gab, ähm, ein knapp 14-minütiges, ja, da steht bei uns Triple Threat Match, das war es, Singles Match, das war natürlich Unfug, es ist ein Triple Threat Match gewesen. Und, es war okay, finde ich. Es war absolut in Ordnung gemacht. Man hat hier nicht ganz so sehr wie beim Mädels Tag Team Match, das fand ich noch deutlich, äh, spürbarer teilweise. Aber man hat hier schon so ein paar, äh, sloppy Sachen gesehen, finde ich. Also jetzt nicht, nicht schlimm, aber es, es war nicht der Guss, den ich schon, äh, oft bei Mädels Matches bei WWE gesehen habe. Auch bei Triple Threat Matches floss das teilweise, ähm, schon richtig gut vor sich hin. Hier gab's so, es war kein, kein krasser Botsch, fand ich, ich muss immer drüber nachdenken, und Naomi irgendwie einen Knaller wieder dabei hatte. Also es war jetzt nicht, wo man sagte, oh mein Gott, dafür, äh, geht man jetzt, sag ich mal, drei Wochen ins Doghouse oder sowas. Aber es waren so ein paar Unstimmigkeiten, ähm, in der Matchausführung dabei. Ich finde, ich finde, Bayley hat viel versucht zu retten, aber mit diesem Theme ist sowieso nichts zu retten, auch, auch was Styles angeht, fürchterliche, äh, Entrance-Themes von den beiden mittlerweile. Also ich habe auf beide noch mal ganz bewusst geachtet, da vielleicht fällt der Groschen noch mal, da fällt gar nichts. Das ist ein, ein Brei, der vor sich hin dümpelt, ohne irgendwie ein Thema, ohne einen Kick, ohne irgendwas. Also Bayleys Theme ist wie ihre Regentschaft bisher, habe ich so, würde ich es zusammenfassen wollen. Match war, wie gesagt, es war trotz der Ungereimtheiten, war es trotzdem okay, du musst Naomi mit durchziehen. Tiffany Stratton läuft mir langsam Gefahr, zum Signature-Move-Mädel zu verkommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sie guckt alle zwei Sekunden auf die Uhr, habe ich das Gefühl. Sie, sie bringt dann immer ihren Moonsault. Mal klappt er, mal klappt er nicht. Und, ja, das ist, ah, das tut ein bisschen weh tatsächlich, weil da so viel ist. Und es wirkt so, als ob Vince gesagt hätte, komm, mach jetzt deine Signatures, denn dafür bist du da. Und du guckst sie alle Nase lang nur auf die Uhr. Ja, schade. Bayley hat ein paar Pops bekommen. Ich habe eigentlich mehr erhofft oder mehr erwartet, aber es ist nun mal so, wenn etwas funktioniert, was funktioniert, und du machst dieses, was funktioniert, auseinander, oder machst es kaputt, dann ist es schwierig. Wie gesagt, Match kann man sich angucken. Es war jetzt nicht, dass da der große rote Faden für mich erkennbar war. Es ist jetzt nicht groß viel hängen geblieben, aber es war in Ordnung. Ich fand es nicht überragend und bin sehr, sehr gespannt, wie Chris es gesehen hat. Das Thema bei diesem Triple-Freat-Match hast du, glaube ich, auch schon angesprochen. Es ist einfach die Tatsache, dass wir einen Champion haben, der Champion ist, die ein bisschen im Dunkeln tappt. Es versucht nach diesem einen Moment, damit wir mal alle aufwachen. Ja, weil ich denke mal, wir alle schlafen ein bisschen. Das ist sehr schade, denn wir haben hier eine Wrestlerin, die in allen Belangen großartig ist, beziehungsweise Weltklasse. Das hat sie unter Beweis gestellt und das nicht nur einmal. Es ist interessant, weil ich es eigentlich mit Becky Lynch vergleichen möchte, aber gleichzeitig kann ich es nicht mit Becky Lynch vergleichen. Und warum? Das kann ich euch nicht erklären. Ich finde im Moment Becky ähnlich in einer Regentschaft, die für mich unspannend ist, aber aus irgendeinem Grund kann ich mir das, es geht leichter vorbei an mir. Also ich kann es mir anschauen und bin so, ja passt, okay. Bei Bayley ist irgendwie so wahrscheinlich die Trauer, dass da so viel Potenzial steckte, noch immer sehr groß und das verwischt ein bisschen vielleicht auch die guten Sachen bei einem solchen Match, denn da waren auch Sachen dabei, die haben absolut gepasst, ja. Tiffany Stratten, also Naomi hat ihr Ding gemacht, die Entrance natürlich beeindruckend, das kann sie auch haben und das ist auch in Ordnung, aber ja, sie ist ein Entrance Merchant, ja, und das ist halt nicht mehr und das hat sie, glaube ich, auch hier unter Beweis gestellt. Tiffany Stratten, da ist ein Thema jetzt bei diesem Triple Threat Match herausgekommen, weil das unglaublich ist, denn wenn du jetzt neu dabei bist und wir schwärmen alle über Tiffany Stratten und jemand sagt sich, okay, dann schau ich halt einfach mal rein, dann wird dieser jemand sagen, Mann, die kann ja nichts, außer ein Moonsault und das ist unglaublich, denn ich möchte einfach nur darauf hinweisen, was für großartige Matches diese Dame bei NXT geliefert hat beziehungsweise und vor allem gegen Becky Lynch, also das ist ja technisch absolut einwandfrei und hier hat man davon sehr wenig gesehen, denn sie wird runtergeschraubt auf etwas, was wir eigentlich geglaubt haben, hinter uns gebracht zu haben, nämlich ein Gimmick, so lange ausschlachten, bis wir absolut nichts davon mehr sehen möchten. Deswegen hat man hier leider ein paar negative Sachen, die man mitnehmen muss. Das Match war solide für mich, es ist ein Triple Threat Match und ich muss auch zugeben, ich denke, die drei wurden ein bisschen von den Fans gerettet. Macht das in, keine Ahnung, North Carolina und ich glaube, hier ist es brutal still. die Entrance, muss ich auch nochmal sagen, ist eine absolute Katastrophe. Unglaublich enttäuschend, denn sowohl Bailey als auch AJ hatten nicht die phänomenalsten, um jetzt mal ein paar Nintendo zu machen, Entrance-Theme-Songs, aber sie hatten Theme-Songs, die könnte ich mir anhören. Wenn sie jetzt irgendwie in einer Playlist sind und sie kommen random hin, dann höre ich sie mir an. Das hier kann sich niemand anhören. Das ist Generic, das ist aus einem Low-Budget-Action-Film, wenn 100 Autos aufeinander knallen. Interessiert niemanden. Deswegen sind da viele negative Aspekte, die ich mitnehmen muss. Gleichwohl, Bailey, denke ich mal, hat hier die beste Arbeit geleistet und die Gefahr bei Tiffany Stratton, ja, wächst bei mir, weil ich weiß jetzt nicht, wohin man geht. Also eigentlich muss man ja jetzt das Singles-Programm mit Bailey weitermachen und irgendwie muss vielleicht Stratton diesen Titel gewinnen, aber dann gefährlich, weil ich weiß nicht, wie die Fans das aufnehmen beziehungsweise ich würde auch sehr gerne wissen, wie Triple H und die Offiziellen, wo sie sie einstufen. Ist sie ein Gimmick? Ist sie ein Athlet? Ist sie eine Becky Lynch oder ist sie so eine High-Spot-Maus a la Jeff Hardy oder wer auch immer, wo man sagt, okay, du pass auf, der Mund soll dieses Mal vom zweiten Saal, dann das nächste Mal vom dritten, dann das nächste Mal von der Leiter. Ach ja, hier, Hell in a Cell, mach's doch von ganz oben. Weiß ich nicht. Sie ist noch blutjung, deswegen ist das schon okay, aber die Sache ist, sie wurde uns vorgestellt, hier, nach ihr war groß und jetzt flacht's ein bisschen ab und gleich hat Ria ein bisschen erlebt in einem etwas größer gezogenen Kaugummi, sag ich mal und dann hat's eh gepasst, nur, wie oft wird das gut gehen? Also, ich warte noch ab, ich möchte das nicht für verloren verkaufen, aber das Triple Fragment hat mir doch schon gezeigt, dass wir bei allen dreien irgendwie so ein Thema haben und bei zwei davon tut's sehr weh. Ich finde, Naomi hat alles durchgespielt, wie ich so gern sage, das ist okay. Sie ist die Hüpfenmaus, sie hat ihren Entrance-Theme, die Mädels, die Jungen, werden in der Crowd das feiern und das Merch kaufen, okay, aber ich denke, von Bayley und Tiffany, da kannst du doch, da kannst du doch viel. Würde ich die Damen auf die Seite legen mal und sagen, du, pass auf, SummerSlam, ihr seid da im Titelmatch, macht's ein Klassiker draus, denn ich muss sagen, ein Bayley-Klassiker ist auch schon eine Zeit lang her. Wird's auch dafür mal Zeit? Ja, aber bei Bayley ist auch, da fehlen auch die Voraussetzungen der Zeit, was Momentum angeht. Ich find dein Vergleich mit Becky eigentlich ganz cool und ich nimm's tatsächlich ein bisschen anders wahr als du, weil bei Becky, also ich hab's immer respektiert, ich fand beim The Man-Hype fand ich's super, nachher nicht mehr und bei Big Time-Bags fand ich's sogar noch besser als bei The Man, auch wenn das nicht mehr annähernd diese Mainstream-Welle war wie bei The Man, aber ich fand's irgendwie, weiß ich, individueller, ich fand's besser irgendwie. Aber ich war nie mit dem Herz dabei, ich hab's immer respektiert und das Herz geht dahin, wo das Herz eben hin will und bei Bayley ist das Herz hingegangen, seit sie da eben als Heel damals wiederkam und zuerst ziemlich abgewragt, auch aussah, mit ihrer ägyptischen Kleopatra-Fox-Bitch-Frisur, keine Ahnung, wie man das sagen soll und da hat's bei mir irgendwie geklickt, weil ich das einfach großartig fand, dieses Gimmick, dann auch mit den Golden Roll-Muttles, wir haben's tausendmal durchdekliniert und mit Damage-Control. Irgendwann hat's dann Klick gemacht und mein Herz war da. Das heißt, immer wenn Bayley kommt, ist mein Herz irgendwo noch da. Ich investiere sozusagen emotional und deswegen werde ich immer gucken oder immer oder bis auf weiteres, das Herz kann ja auch irgendwann versteinern, sozusagen, aber noch ist es nicht versteinert und deswegen überwiegt bei mir eigentlich immer noch so ein bisschen die Enttäuschung dann, wenn ich sehe, was da draus geworden ist. Das hast du ja auch meines Erachtens völlig richtig angesprochen. Nur ich nehme's noch ein bisschen emotionaler wahr, weil ich eben Damage-Control, also dass das so legit war, das kommt eben selten vor, dass man sowas so spürt und das tut eben so weh, aber wir wollen's nicht weiter vertiefen. Kommen wir lieber zum Sterneraten, Chris. Was glaubst du, hat der gute Onkel Dave diesem Match kredenzt? Also für mich persönlich wären's quasi so nüchtern drei, aber die Fans haben's für mich besser gemacht. Also hebe ich's auf dreieinhalb. Ja, ich wäre so bei dreieinviertel tatsächlich gewesen. Onkel Dave ist tiefenentspannt, halt dich fest, mein Freund, viereinhalb Sterne. Na. Ich hab auch vielleicht irgendwie dreieinhalb gemeint hat, aber Dave hat viereinhalb Sterne rausgehauen. Das kann nicht sein. Das geht für mich vorne und hinten nicht. Vierinhalb? Das war ja spannend, ne? Vor allem, wenn der Opener nur ein Viertel mehr gekriegt hat, nach Daves Logik. Ja, und dann ist das ja der beste Paper aller Zeiten, offenbar. Also die Sterne sind ordentlich, in der Tat, die Dave da gegeben hat. Das überrascht mich. Aber viereinhalb ist... Das überrascht mich. Ja, ja, das ist ja der Wrestle Kingdom-Style hier. Wir sind doch hier nicht im Tokio-Dom, also... Ja, aber wie gesagt, kann man mal erwähnen, ja, dass Onkel Dave hier ein Klassiker gesehen hat, den Chris und ich nicht so ganz sehen konnten. Aber ja, es ist immer faszinierend, der gute Dave sieht Sachen vielleicht auch anders oder mehr versteckte Edelsteine, als wir wahrzunehmen in der Lage sind. Man weiß es nicht genau. Drittes Match. Die Seth Rollins Championship, World Heavyweight Championship, Daniel Priest als Titelträger gegen Jay Uso, den WrestleMania-Versager, in Anführungszeichen. Ein bisschen übertrieben, natürlich, natürlich. Die beiden haben ein Singles-Match gehabt. Und sie hatten fast 16 Minuten. Viel lief hier über die Crowd, die durchgedreht ist. Also ich weiß nicht, ob irgendwer die Fans an diesem Abend mehr animiert hat, als Jay Uso das gemacht hat. Dass das Yeet so over sein könnte, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, bei der Entrance von Jay Uso war jeder in der Halle, stand auf seinen Füßen und hat diese Yeet-Geste gemacht, die Jay Uso immer macht. Es war ein Blick, boah, muss man eigentlich schon auf sich wirken lassen. Das war der Eindruck, ganz deutlich. Also wir wissen ja alle, was der gute Gustave Lebon damals gesagt hat über die Psychologie der Massen und dass das so eine Eigendynamik annehmen kann, die man nicht kontrollieren kann. Ich glaube, das hier war von Anfang an ein von der Masse gewolltes. Wir wollen einfach Spaß haben. Das Yeet kennen wir alle. Wir machen mal mit. Und meine Güte, haben sie mitgemacht. Die waren ja flüssiges Wachs in der Hand von Jay Uso. Der, wie Hulk Hogan da mit seinen Crowd hören, jetzt mit jeder Crowd, Ecke, Nord, Süd, Ost oder West das Yeet gemacht hat. Beim letzten hatte dann Daniel Priest die Schnauze voll und hat ihm erstmal eine mitgegeben. Da hat sich erstmal ausgeyeetet. Aber es gab immer wieder entsprechende Crowd-Reaktionen, die Fans sozusagen dann ja, wo deutlich wurde, dass die Fans das alles gefeiert haben. Ich fand die Match-Geschichte ehrlich gesagt ziemlich gut, weil es auch Storyline-mäßig ganz interessant ist. Damien Priest wollte dieses Match ja unbedingt alleine gewinnen. Es hat, finde ich, doch ein bisschen gedauert, bis es Fahrt aufgenommen hat. Es war auch für mich nie überragend, zu keiner Zeit überhaupt nicht. Aber es war, wenn man jetzt mal vergleicht, was Jimmy und Jay bei Mania gemacht haben, deutlich stärker. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Cool fand ich, dass JD McDonner zuerst aufschlug und Damien Priest zur Hilfe kam und nachher auch noch der gute Finn Balor dazu kam. Und Priest sagte, er will die beiden hier nicht haben. Er hat es ganz deutlich gemacht zu JD McDonner. What are you doing hier? Ich habe dir gesagt, du sollst hier nicht rumlungern. Verzieh dich mal. Und JD sagt, ich wollte dir helfen. Wieder mal war JD dafür da, krasses Bots nehmen zu müssen und gerackdollt zu werden, wie man so schön sagen würde. Ja, und am Ende hat Damien Priest gewonnen. Und es gab da tatsächlich Unstimmigkeiten beim Judgment Day. Und das fand ich wichtig, was dann passierte, dass Damien Priest sagte so, Schluss mit lustig jetzt. Ihr hört auf, hier rumzukaspern. Jetzt wird gejubelt und zwar werde ich jetzt meine Arme in die Luft recken und ihr werdet das auch machen und das haben sie dann auch gemacht. Also, das ist, finde ich, was das Profile angeht von Damien Priest wichtig gerade, dass er hier so diese, wenn der, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel-Sendepause- Attitüde so ein bisschen auslegt und dass die anderen sich da jetzt auch beugen. Man muss gucken, inwiefern sie sich da weiter beugen, wo da der Split kommt oder ob er die Judgment Day Bande wieder auf Kurs bringt. Ja, fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe bestimmt jetzt wieder viel zu viel vergessen, aber ich weiß gar nicht, hat Balor einen Sieg von Uso verhindert? Ja, es war, glaube ich, ein entscheidender Eingriff oder täuscht das? Doch, ja, ja, genau, es war also auch wichtig, dass Balor eingegriffen hat in diesem Match. Was vielleicht, mal gucken, was man mit J. Uso vorhat, der Typ ist ja wirklich over, zumindest in Frankreich, aber auch in Amerika läuft es ja eigentlich nicht schlecht für Main Event J. Uso und ja, Damien Priest hat am Ende dann eben verteidigen können, war auch wichtig. Mal gucken, was mit J. Uso wird, aber jetzt King of the Ring wird oder whatever, müssen wir weiter beobachten. Ja, Chris, bitteschön. Ja, danke, also, das Match bekommt, muss ich sagen, wichtige Hilfe seitens der Fans und seitens auch von den Eingriffen und auch von der Frische. Da war nichts Spektakuläres dabei, das war wirklich ein Wrestling Match, wo wir halt mittlerweile sagen müssen, Business as usual in den Zeiten, in denen wir leben. Es ist halt einfach eine sehr freche Zeit, weil so viel großartiges Wrestling wöchentlich zu sehen ist, ja fast schon täglich und da ist es dann sehr schwer aufzufallen. Ich habe in der Preview gesagt, bitte haut es mich um, das ist eure Chance. Gleich vorweg, haben sie jetzt nicht mich umgehauen, haben sie nichts, ich lag jetzt nicht am Boden und habe mich gefragt, ob das der Himmel ist nach diesem Match, aber es ist zumindest mal ein Funken Hoffnung da, dass diese Regentschaft etwas mehr bietet als die von Seth Rollins. Damien Priest befindet sich in einer unglaublich schwierigen Situation, denn er lebt einerseits von einem Titel, der schwierig einzuschätzen ist, weil wir alle natürlich wissen, dass es den Titel nur gibt, weil Roman Reigns so unglaublich dominant war und auf der anderen Seite lebt er von einem Stable, das von Rhea Ripple gelebt hat und im Moment eigentlich am Abstiegsseil ist oder am absteigenden oder absteigt, nicht mehr so stark wahrzunehmen ist, auch wenn vielleicht manche sagen, sie waren nie so stark. Deswegen ist natürlich ein Match gegen einen Mann wie Jey Uso umso schwieriger, weil du dann nicht jemanden hast, der eine Erfahrung hat und dich vielleicht sogar ein bisschen mitnimmt. Wir haben es verglichen mit Swagger gegen Del Rio und sie haben für mich ebenfalls so einen stotternden Motorstart gehabt, aber dann kamen sie rein, die Eingriffe haben auch schön die Zeit für mich ein bisschen weiter nach vor getrieben und der Aspekt, dass es quasi Probleme gibt beim Judgment Day, beim Monday Night Raw hat man das ja auch dann ein bisschen reingenommen im Opener, finde ich nicht so schlecht. Das brauchen sie auf jeden Fall. Dann bleibt so ein bisschen Restspannung drinnen. Jey Uso natürlich, das war crazy. Also Fans haben da richtig Bock gehabt und es ist wohl eine Animation, wenn man in der Halle ist, macht man da wohl gern mit. Für mich allerdings reicht's und ich würde behaupten, dass er ein Tag Team Restspannung drinnen. Das ist schon okay, aber ich weiß nicht, ich merke an Momenten, vielleicht sehe ich zu viel hinein, dass er so ein Hot Tag machen wollen würde. Es ist irgendwie, dass der Bruder dann reinhüpft und eskaliert. Das war ja so die Magie der beiden, dass man einfach immer ein Ho hatte. Damien Priest, das ist mal wichtig, dass er gewinnt. Die Eingriffe, könnte man vielleicht meinen, dass es seiner Regentschaft wehtut, aber in dem Fall würde ich das gar nicht mal so sagen, weil sie für mich sowieso erstmal Anlaufhilfe braucht. Sie braucht Starthilfe, wie bei einem alten Golf. Hin und wieder, wenn es kalt ist, braucht er ein bisschen. Und deswegen möchte ich dem Ganzen eine Chance geben. Ich habe richtig Lust, einfach aufgrund der Frische mir da etwas Zeit zu geben. Ihm auch. Aber es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig und ich bin so gespannt, wie man das weiterführt. Hätte man jetzt leider Fimbalo nicht so viel verbraucht und ihn alles verlieren lassen, auch bei Monday Night Raw, hättest man hier natürlich eine super Gelegenheit, um zu sagen, okay, der Judgment Day, der geht kaputt und Barlow turnt und dann hast du da die nächste Fede oder Dominik, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, was auch immer. Natürlich bietet sich das ganze Jahr noch Richtung Summerslime, genau. Also lasse ich den Ganzen noch Zeit. Ich bin nicht überwältigt, aber das war schon mal nicht so schlecht, finde ich. 16 Minuten war am Anfang zu merken, dann ging Ende für mich nicht. Und auch hier die Fans, der Faktor war wichtig, war wichtig. Und ich denke ihm auch Jey Uso wird das gefallen haben, aber ich bleibe dabei, schicke Jey zum Civil War und gib Damien Priest noch. Gib ihm bis zum Summerslam und vielleicht noch bis zum Rest des Jahres, aber dann braucht es auch für diesen World Heavyweight Titel vielleicht so einen großen Namen, vielleicht auch irgendwie so eine spezielle Regentschaft, eine, die auffällt, denn die hier versteckt sich noch ein bisschen. Das muss nicht sein, denn oft genug haben wir es gesagt, Damien Priest eigentlich schreit alles danach, dass das ein sehr guter Champion wird, ein Mann, der auffällt, ein Gimmick, das auffällt, eine Stimme, die auffällt. Deswegen komm hervor, Damien, und gib noch ein bisschen mehr Gas. Vielleicht noch gegen einen, ohne Jey jetzt zu nahe zu treten, einen technisch besseren Wrestler. Ja, ich bin, wie gesagt, mal gespannt, wie es da weitergeht, was Priest angeht. Ich finde, man erzählt die Storyline eigentlich so gut, Konsequent. Ja, so gut, wie man sie erzählen kann. Also es ist für Priest nicht einfach, glaube ich, da als Champion irgendwie zu scheinen sozusagen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz ordentlich, wie sie es machen. Ob da irgendwie noch so ein Klick-Effekt kommt, wird man sehen. Ob er vielleicht nur ein Teilzeit-Champion ist, wird man genauso sehen. Aber im Rahmen dessen, was geht, finde ich, hat man es, hat man es wirklich ordentlich gemacht. Und ich wüsste auch nicht, wie ich die Story um Damien Priest im Moment viel besser erklären oder erzählen würde. Müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Und du hast ja auch schon gesagt, was da mit Jey Uso passiert oder auch nicht passiert. Bleibt abzuwarten. Ja, Sterne, Chris. Was glaubst du mit Dave? Bleibe. Ich bleibe mir selbst treu, was ich geben würde. Und das sind wohlwollende dreieinhalb Sterne. Und was glaubst du, hat Dave gegeben? Also vier hat er wohl sicher gegeben. Vier ein Viertel? Nee, hier war er tatsächlich so wie wir beide. Er hat dreieinhalb gegeben. Also hier ist er dann wieder komischerweise. Ja, vor allen Dingen, wenn ich aber das vergleiche, Priest gegen Uso mit Bailey, Naomi und Tiffany Stratton, die sehe ich beide auf einem Level. Auf jeden Fall. Also Priest gegen Uso vielleicht sogar stärker, was die Qualität angeht. Auch was Storytelling und so angeht. Also da stimmen die Relationen für mich dann, wie gesagt, nicht so richtig. Aber hier ist der gute Onkel Dave. Also vier drei Viertel und vier ein Viertel war das? Vier ein Halb. Und vier drei Viertel für den Opener, vier ein Halb für Bailey, Tiff und Naomi und dreieinhalb für Jay und Damien. Das ist schon eigentlich sauber. Ja. Also ja, da sieht man eben, dass bei dem Triple Threat, das passt da nicht rein. Also ich finde, der Opener ist sehr optimistisch bewertet. Aber finde ich jetzt nicht mal abwegig, da vier drei Viertel zu geben. Das ist jetzt nicht, wenn man sagt, huch, das geht ja gar nicht oder so. Aber Bailey, Naomi und Tiff, vier ein Halb. Also das geht gar nicht. Das kann man wohl sagen. Gerade in Relation dann zum Priest und Uso. Das ist besser bewertet als viele Kurt Angle Matches. In der Tat. Und wir reden von den Klassiker Kurt Angle Matches. Ja, auf jeden Fall. Also ja, wir sind aber jetzt nicht bei Opa Kurt. Wir sind bei Alphonse sozusagen in Frankreich. Und die hatten ja das Glück. Das war jetzt nicht böse gemeint. Ja, also liebe Leute. Also die Franzosen haben da einen mega super Crowdjob gemacht. Haben wir ja schon gesagt. Das war jetzt 0,0 Bashing oder was irgendwie. Ich kenne ja irgendwie Le Tata, der frische Franzose. Das weiß ich doch, diese komische Käsewerbung. Da gab es euch alle noch gar nicht, als ich die geguckt habe. Ja, viertes Match. Wir hatten ja jetzt nur fünf. Also schon quasi der Co-Main-Event. War das Tag-Team-Match um die WWE Women's Championship. Wir haben es ja schon gesagt. Die Kabuki Warriors Asuka und Kairi Sane. Oder Kairi Sane. Sprecht sie aus, wie ihr wollt. Da gab es letztens auch mal Reaktionen, dass man unzufrieden ist, wie wir den Namen ausgesprochen haben. Als das letzte Titelgold von Damage Control, Chris sagte schon, na, die sind so ein bisschen am Strugglen. Sowieso das Stable. Und eigentlich muss man, wenn man Jade Cargill overbringen will, müsste man wohl Bianca und Jade die Titelgürtel geben, damit man die irgendwann splittet und Jade auf den Weg bringen kann. Und bis dahin soll sie doch an der Seite von Bianca nochmal irgendwie lernen. Chris hat es befürchtet. Es ist genauso gekommen. Bianca, Belair und Jade Cargill haben das Match gegen die Kabuki Warriors gewonnen und haben dafür 17,5 Minuten tatsächlich auch Zeit bekommen. Und das Match war, ja, wie war es? Es ist schwierig, würde ich tatsächlich sagen. Denn Zeketek hat es sehr schön bei uns im Chat geschrieben. Er sagte, er hätte nicht gedacht, dass es möglich wäre, mit Asuka und Kairi Sane kein gutes Match hinzubekommen. Aber es war möglich. Und es lag tatsächlich auch an Asuka und Kairi Sane. Die waren nicht wirklich gut in diesem Match. Vor allen Dingen Kairi Sane hatte übelste Probleme teilweise, was Timing und Harmonie mit Cargill und Bianca Belair anging. Asuka wirkte für mich schon so ein bisschen noch wie der ruhige Pol im Chaos gewissermaßen. Aber ich fand Kairi Sane, das war jetzt nicht ihr stärkstes Match, um vorsichtig das mal zu betonen. Viele Abstimmungsschwierigkeiten. Kairi war oft zu spät, manchmal nicht on top, mit Jade Cargill sowieso schon mal gar nicht gefühlt. Das Match war, so wie es ausgelegt war, sehr ambitioniert tatsächlich. Das war ein anspruchsvolles Match. Also über Strecken, über weite Strecken oder über einige Strecken. Es war natürlich sehr häufig noch auf den Hot Tag von Jade Cargill ausgerichtet. Und dann haben eben Damage Control, Bianca Belair bearbeitet und so. Das war schon recht konservativ, sag ich mal. Aber es waren auch über dieses konservative Layout auch schon spektakuläre Aktionen dabei. Also das war jetzt nicht nur dieses klassische Match, wenngleich das schon sehr im Vordergrund stand. Jade Cargill habe ich natürlich und wie viele andere auch mir ganz genau angeguckt. Und das läuft immer noch nicht rund, um es mal so zu sagen. Das ist vorsichtig formuliert. Also man konnte das hier teilweise schon sehen. Manches wurde gesailed, was gar nicht richtig ausgeführt war an Moves. Das sah schon sehr befremdlich manchmal aus. Und ja, für mich hat das Match so ein bisschen das uns geboten, was ich im Vorfeld erwartet bzw. erhofft hatte. Nämlich, dass die Harmonie nicht so richtig da sein würde. Dass Jade sich wohl verbessert gezeigt haben würde. Das hat sie übrigens auch, aber es war trotzdem immer noch recht botschig. Und ja, jetzt haben wir Tag Team Champions, die die Gürtel haben. Und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Jade Cargill was bringt, muss man mal abwarten. Also für mich sind eigentlich keine Fragen nach diesem Match beantwortet worden. Im Gegenteil. Also die sind so wie vorher auch. Noch eine andere Frage ist dazugekommen. Was passiert jetzt mit den Kabuki Warriors bzw. mit Damage Control, wo jetzt auch der letzte Gürtel weg ist und alle im Tal der Tränen sich befinden. Ich leite die Frage mal nach München weiter. Was sagst du dazu? Ich fand's gut. Eigentlich ist die Zusammenfassung perfekt mit, ja, keine Frage wurde beantwortet. Es ist unglaublich, dass ein Match mit Bianca Belair, Asuka und Kairi Sane und auch Jade Cargill, ja, so enttäuscht. Also da hat wirklich nicht viel zusammengepasst. Die Matchzeit hat nicht geholfen. 17,5 Minuten war sehr viel Zeit. Und es ist fast so, als würde so ein Fluch auf diesen Titelgürtel heften. Denn ich muss sagen, ich erinnere mich an kein wirklich gutes Match um diese Titel. Wahrscheinlich noch zuletzt in der Golden-Roll-Models-Ära. Wie es weitergehen kann, also um die Kabuki Warriors mache ich mir schon Gedanken. Also ich weiß nicht, ob sie überhaupt einen Rückmatch bekommen. Aber das war ja schon ähnlich wie unsere Aussprache bei Kairis Namen. Hapert es, seitdem die gute Kairi wieder bei WWE ist. Also ich habe ja damals, ich erinnere mich sehr gut an das Comeback. Und ich habe das so gefeiert. Ich war richtig glücklich. Weil es war halt auch die Triple-H-Ära. Und ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt wird da jemand wirklich mal dieses große Talent nutzen. Und sie zum Mond booken. Aber dann, ich möchte nicht sagen, die Degradierung. Denn die Kabuki Warriors waren ja auch schon sehr gut. Aber viel zu oft im Hintergrund. Viel zu wenig Spotlight. Wo man sagen muss, klar, natürlich Io und Bayley haben das Spotlight bekommen. Aber Mann, da ist so viel Zeit, um mehr draus zu machen. Ich würde sehr gerne wissen, warum man das nicht ausschöpft. Asuka, du hast richtig auch schon gesagt. Natürlich mit der, ja ich möchte nicht sagen, ja wahrscheinlich auch mit der größten Erfahrung. Aber sie hat hier versucht, noch Ruhe reinzubringen. Und sie kann wohl den WWE-Stil noch am besten. Ich glaube, dass Karrie mit dem nicht so klar ist. Auf der anderen Seite, ich werde das Gefühl einfach nicht loslassen, dass Bianca da nicht will. Also von einem, für mich, 5-Sterne-Match gegen Becky Lynch bei WrestleMania noch vor 2 Jahren jetzt. Genau. So was zu liefern, das kann ja nicht sein. Weil man kann nicht alles auf Jade jetzt runterbrechen. Denn wir haben Paarungen wie Bianca Belair gegen Asuka und Bianca Belair gegen Karrie Zane. Das sind Paarungen, für die würdest du jemandem die Hand abbeißen. Aber trotzdem hat für mich hier nicht viel funktioniert. Was ich auch nicht mag, sind diese forcierten Tag-Team-Moves. Wo jetzt irgendwie so ein Tag-Team zusammenkommt. Da muss man schnell irgendwas Spektakuläres finden, damit man das irgendwie einübt und uns zeigt. Und forciert ist meistens nicht so gut. Also hat man hier natürlich uns leider das gegeben, was man erwarten musste. Die Titel hat man jetzt Jade hinterhergeworfen, damit man uns irgendwie zeigt, ja pass auf, die ist so gut, dass sie sofort Titel gewinnt. Belair soll wohl der, ja wie soll man sagen. Bianca erinnert mich an diese Büroklammer, die dir beim Computer gezeigt hat, wie man irgendwie Sachen macht. Und das ist irgendwie, glaube ich, jetzt Belair für Cargill, wie man den WWE-Stil geht. Nur habe ich dieses Büroklammer, habe ich die immer weggeklickt, weil ich die nicht gebraucht habe. Und ich glaube noch immer, dass Jade sie nicht braucht, ja. Und andersherum genauso. Also ist das für mich höchst unglücklich. Also ich verstehe WWE, glaube ich. Ich verstehe genau, was sie hier machen wollen, aber es funktioniert einfach nicht. A, die Titel sind einfach zu schwach. B, du grenzt Cargill tatsächlich ein. Und ich sehe es, Leute. Natürlich ist das nicht ausgereift. Aber ich glaube schon, dass man sich da durchmogeln kann. Ganz easy. Gib ihr Squash-Matches. Und wenn es dann länger gehen muss, gib ihr Einzel-Matches, die nicht zu lange gehen gegen absolute Spezialistinnen. Davon hast du genug. Ja, deswegen, jetzt hatten wir da die neuen Tag-Team-Champions. Ich habe auch viele Fragen, wie man da jetzt weiter vorgeht. Wer sind die nächsten Gegnerinnen? Wie lange wird man dieses Projekt quasi lauwarm halten, bis man dann das Essen ausdeilt an die Gäste? Ich muss sagen, abwarten. Ich finde, man hat schon einen guten Teil vom Keks abgebrochen. Er ist nicht mehr so warm und innen fluffig, sondern er bricht den Teil schon ab. Und das ist sehr, sehr blöd, nachdem das beim Rumble ja ofenfrisch war. Es war fantastisch. Bei den Kabuki-Warriors geht man da, glaube ich, sogar auch einen konsequenten Weg bezüglich Damage-Control. Man verliert ständig. Die brauchen so einen Nexus- oder Shield-Moment. Die müssen irgendetwas machen, was komplett ausartet und aus der Reihe tanzt, damit man wieder so ein neues Feuer bekommt. Das ist erloschen. Wir müssen ein Streichholz aufdrehen und in einen Benzinkanister werfen. Es muss wirklich eklatant sein, denn ich möchte dann nicht so weit gehen, Leute. Asuka ist sowieso safe. Aber Mann, bei einer Entlassungswelle sind meine Namen sofort auf der Suche nach Dakota und Kairi Sane, weil ich glaube, Io ist auch safe. Also, so ein Booking, das ist jetzt nicht großartig besser als von denen, die jetzt gegangen sind neulich, über die wir gesprochen haben. Vielleicht ein bisschen besser als das von der anderen Kollegin aus dem asiatischen Raum, Saya Lee. Also, enttäuschend. Ich würde sehr gerne wissen, warum. Die werden Gründe haben. Aber für mich hat dieses Experiment mal nicht funktioniert. Es war kein gutes Match. Ich muss so weit gehen. Bin dahingehend auch enttäuscht. Aber ich bleibe mir persönlich treu und glaube immer noch, dass ein Einzelrun mit sporadischen Einsätzen von Jade deutlich mehr bringt als Jerry Springer, Zickenkrieg und ein 20-minütiges Tag-Team-Match mit einer Dame, die gar keinen Bock hat, mit einer, die noch nicht gut genug ist und wohl mit Damen, die überhaupt nicht miteinander harmonieren. Ich denke mal, man wird das geprobt haben und gesehen haben, das funktioniert nicht. Hätte man runterbrechen können. Aber probieren wir es. Die Titel haben sie jetzt. Wir schauen, wer die nächsten Gegnerinnen sind. Und das Problem ist, viele gute Tag-Teams im Damenbereich, so ernst muss ich sagen, gibt es nicht. Also besser als die Kabuki Warriors als Gegnerinnen, ich denke gerade nach, gibt es nicht. Also hat man sich jetzt auch in eine Situation gebracht, die sehr, sehr schwierig ist, Booking-Technisch. Das ist eine Falle, die man sich selbst gestellt hat und reingetreten ist. Also ich bin sehr gespannt, was man da probiert. Aber für mich tatsächlich die Enttäuschung des Abends. Ja, tatsächlich bin ich auch bei dir. Ich bin auch tatsächlich gar nicht so wirklich gespannt, was man mit Damage Control jetzt macht. Mein Herz ist raus. Booking ist Katastrophe. Oder was heißt Booking ist Katastrophe? Booking ist jetzt eben Downhill. Also es geht jetzt steil bergab. Muss wohl so sein. Am Ende steht entweder ein Neustart oder eine andere Lösung für sämtliche Workerinnen oder die Entlassung. So, viel mehr kann es nicht sein. Und das warte ich jetzt mal ab. Aber investiert bin ich nicht. Also ganz ehrlich, es war für mich ein bisschen schwierig, als Asuka dazugekommen ist. Kairi Sane war, finde ich, irgendwie, das war, das war nochmal gut. Dass da jetzt das vierte Mädel dazugekommen ist, das hat mir echt gut gefallen. Aber als dann Asuka auch noch dazukam, da wusste ich, okay, borrow time. Das Ding wird jetzt bald explodieren und man legt es darauf an, dass es explodiert. Und wir hatten es ja auch, wir haben es ja gewusst und es war ja auch so. Und seitdem war ich mit Damage Control, hatte ich ein bisschen Angst. Das Booking wurde auch immer schwächer. Und seit Bailey da raus war, war Damage Control für mich auch mehr oder weniger erledigt. Und seit dem Jerry Springer-Logen-Segment ist da nichts mehr, muss man ganz deutlich sagen. Bis auf Dakota, die aber auch diesmal nur dazu da war, die Mädels zum Ring zu begleiten. Das ist auch, das ist nicht Damage Control mehr. Also früher war Dakota dann immer am Ring und jetzt war sie nur nochmal kurz da, um sie da hinzubringen. Und ach, das ist alles weder Fisch noch Sushi. So, dann würde ich sagen, muss ich unbedingt jetzt mal einen Gruß raushauen, wo wir gerade über den Zuwachs damals von Damage Control gesprochen haben und vorhin über den Zuwachs der Bloodline. Der User Apex Viper Predator, ich weiß gar nicht, ob er uns ab und zu noch zuhört, er hat für mich den Kommentar des Pay-Per-Views im Board geschrieben. Und zwar schreibt er, kann jemand mal bitte überprüfen, ob Chase Owens und Yujiro Takahashi die auch über 19 Ecken mit der Bloodline verwandt sind, dann könnte WWE die doch auch gleich liebend gern dazu packen. Und wenn wir schon dabei sind, Toru Yano darf auch gern zum Bloodline stoßen. Also da möchte jemand New Japan von als von ihm so klassifizierte, nicht so gute Wrestler befreien. Und ja immer, Yujiro Takahashi, der war ja schon vor 10 Jahren irgendwie so eine Geschichte. Aber dass der da immer noch bei den Cards eine Rolle spielt, ist schon faszinierend. Der muss ja mittlerweile 100 sein. Und ja, in der Tat, der Ladies Man war glaube ich damals sein Gimmick. Und ich musste so lachen. Das hat Jens damals so schön gesagt. Was soll man denn mit so einem, warum sollten Frauen diesen mittelalterlichen, komischen Vogel da gut finden? Aber er war der Ladies Man. Ja, also Grüße an Apex Viper Predator. Ich habe sehr geschmunzelt. Ja, und dann sind wir bei Main Event Time. Sterne. AJ Styles. Machen wir noch die Sterne, oder? Ach ja, die Sterne. Ja, tipp mal die Sterne. Also ich hätte zwei, drei Viertel gegeben. Glaube aber, dass er drei gegeben hat. Ich hätte zweieinhalb gegeben, höchstens zwei, drei Viertel. Und in der Tat, Dave hat drei gegeben. Dave hat das Match als noch gut empfunden. Ja, also bei drei Sternen geht ein gutes Match los. So ist ja die Logik. Und das war für Dave ein noch gutes Match. Also es war über den Durchschnitt. Immerhin. Ja, also in der Tat. Und ich glaube, man muss auch jetzt kein Prophet sein. Es war damit in der Tat das schwächste Match auch für Dave. Denn Cody gegen Styles ist nicht unter drei Sternen gelandet. Das ist auch, glaube ich, jetzt keine große Überraschung, dass Cody gegen Styles von Meltzer nicht unter drei Sternen bewertet wurde. Ja, das war eben unser Main Event, zu dem ich eben schon wollte. Und als Chris sagte, Sterne habe ich gerne verstanden. Deswegen habe ich weiter geredet. Und dann hat er mich ja noch taktisch klug und charmant eingebremst. Die United States Championship oder United States Was rede ich denn da? Undisputed. Da war wohl der Wunschvater des Gedankens. Ja, schade. Also die Undisputed WWE Universal Championship stand auf dem Programm. Cody Rhodes gegen AJ Styles, der nun wirklich phänomenal ist, wie wir in Frankreich gelernt haben. Und ja, sie haben ein Main Event Match bekommen. 27 Minuten, 20 Sekunden. Das war für mich irgendwie die perfekte Mischung zwischen WWE und New Japan Main Event. Also 50-50 hätte ich beinahe gesagt. Wobei vielleicht einen Tick mehr WWE als New Japan. Doch, 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 doch. 60 Prozent WWE, 40 Prozent New Japan. Das war doch spürbar, erkennbar eher WWE als New Japan. Aber beide waren in Japan, ja. Styles deutlich länger als Cody, aber der durfte auch bei Wrestle Kingdom ja schon antreten. Und sie haben, wie ich finde, das Match gemacht, das ich erwarten durfte. Das wir alle, glaube ich, erwarten durften. Das war technisch sauber. Das floss, ja. Stichwort ein Match, das gut fließt. Das Match floss aber von vorne bis hinten sehr, sehr gut durch. Wie aus einem Guss. die beiden haben sehr gut harmoniert. Sie haben ein, wie ich finde, starkes Match abgeliefert. Alleine, ich war keine Sekunde drin. Das liegt an vielen Gründen. Das mag insbesondere an, ja, an persönlichen Aspekten liegen, weil ich mit Cody nicht viel anfangen kann. Weil für mich Styles nur noch der Filler-Guy mittlerweile ist. Styles hat bei Mania auch verloren gegen LA Knight. Er hat es dann danach zwar gewinnen dürfen, aber wen interessiert das schon? Also das, ja, Billboard-Match, das hat er verloren. Und es war auch klar, dass Cody das Match nicht verlieren würde hier bei Backlash. Das heißt, die Spannung war auch nicht wirklich da. Und deswegen war es ein tolles Match, bei dem ich trotzdem jede Sekunde dachte, kann auch gerne jetzt mal vorbeigehen, weil ich habe noch was vor heute. Das ist eine super Zusammenfassung. Das tut aber beiden auch, das wird beiden nicht gerecht, muss man ganz deutlich sagen. Aber wenn du nicht gerade Cody-Fan bist und alles abfeierst oder Styles-Fan bist, der alles genießt, was er macht, das ist immer noch wirklich stark, was er macht. Da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist so in einem Flow und so sicher, was Styles abliefert im Ring. Oder wenn du nicht eben gerade in der Halle bist und sowieso eine gute Stimmung und eine gute Zeit haben willst, dann ist es schwierig, diesem Match eine knappe halbe Stunde die Aufmerksamkeit zu schenken, die es wrestlerisch bestimmt verdient hätte. Und deswegen war ich tatsächlich froh, als es vorbei war. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass das ein wirklich, wirklich gutes Wrestling-Match ist. Und wenn ihr wirklich, wirklich gute Wrestling-Matches sehen wollt, dann guckt es euch bitte, bitte unbedingt an. Wenn ihr sagt, Cody, nicht mein Ding, Styles, nicht so mein Ding, dann gibt es keinen Grund, euch dieses Match anzugucken, meines Erachtens zumindest. Wenn ihr sagt, alles von WWE finde ich gut, dann müsst ihr dieses Match unbedingt sehen, weil es ein sehr starkes WWE-Match ist. Und mehr habe ich dazu tatsächlich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht kannst du noch ein paar Facetten einstreuen. Ich habe genau das bekommen, was ich eigentlich erwartet habe. Ja, ich werde die Entschuldigung jetzt schon losschicken per Post an alle, aber ich kann mich hier wirklich auch nur dir anschließen und die Worte wiederholen. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Genau das, was ich erwarte. Aber gleichwohl, irgendwie war ich ganz gut drin. Es hat mir Laune gemacht, es hat Spaß gemacht. Die Fans haben wahrscheinlich da mitgeholfen aufgrund des schönen AJ Styles Songs. Und ich möchte ja noch nicht die Leute vergessen lassen, dass mein AJ Styles Herz ja irgendwo noch klopft. Vielleicht hat es ein paar Beats geskippt, aber ich werde ja sein TNA und New Japan Run nie vergessen. Das war Peak AJ. Das war unglaublich. Aber natürlich ist da sehr viel Lack abgekratzt worden in den letzten Jahren. Aber ich habe das glaube ich auch mal gesagt, es ist für mich immer noch so ziemlich das Größte und wahrscheinlich der eine Mann, der an Shawn Michaels am meisten herankommt. Also Selling ist großartig und die Ausführung ist fantastisch. Eigentlich fehlerlos. Und deswegen ein Match, das man eigentlich anschauen muss. Kann ich jedem sagen, empfehlen, schaut es euch an. Auch Cody, ja. Das ist der absolute Posterboy. Das ist das, was WWE lange, lange gesucht hat und sie haben es bekommen und das passt. Ist okay. Deswegen, das ist ein gutes Match. Es ist wahrscheinlich auch ein sehr gutes Match. Nur, du hast es angesprochen, das Thema ist, AJ Styles hat bei WrestleMania verloren. Wir haben eine Woche Aufbau bekommen und er wurde erst in welcher Runde gedraftet? In der vierten? Also, sind alles unglückliche Situationen. Deswegen kommt dieses Match irgendwie in einem sehr blöden Moment und steht jetzt da in einem Pay-Per-View, der untergehen wird. Also, eine AC-Pay-Per-View. Das ist sehr, sehr schade, denn ich muss sagen, die Frische an dieser Paarung hat mir persönlich geholfen und ich habe einfach es wirken lassen. So quasi reminiscent, wie man im Englischen sagt, über AJ und die New Japan-Zeit und auch die Anfangs-WWE-Zeit fand ich noch gut. Ja, am Ende gewinnt Cody, das heißt, das ist auch nochmal ein bisschen Abzug bei der Sternebewertung, denn das war klar. Also, es ist halt für ein Main Event auch wieder zu wenig, denke ich, weil für mich bei der Sternenbewertung muss das alles dazukommen. Von daher, ja, habe ich tatsächlich nicht viel mehr zu sagen. Das war Main Event würdig. Es war auch eine erste gute Titelverteidigung, also da hat Daniel Bryan jetzt schon quasi übertrumpft, der nicht ganz an so einen Classic herankam mit dem guten Kane und ich bin trotzdem noch gespannt, wie es jetzt weitergeht bei Cody. Ich glaube, ja, Saudi-Arabien haben wir jetzt gesagt. Ja, bin gespannt, wer sich da aufdrängen wird und für AJ, hm, viel gibt es da gar nicht mehr zu tun, denke ich, für den guten. Mir kommt jetzt auch keine mögliche Fede irgendwie in den Kopf. Ja, vielleicht wieder eine kleine Pause und dann kommt er wieder. Also, ja, es ist bei ihm auch so durchgespielt und natürlich ein perfekter Mann, um ihn herauf vorzuholen für so einen Main Event. Von daher, eigentlich habe ich hier tatsächlich nur Positives zu sagen. Es war wirklich ein gutes Match, nur, wie anfangs erwähnt, das wird wahrscheinlich schon bei Dynamite oder Collision ein ähnlich gutes Match geben, ja. Von daher, ähm, falsche Ära für die beiden, denke ich mal. Trotzdem, Chapeau. Ähm, ich habe mich, um ehrlich zu sein, hier viel besser gefühlt mit so einem erwarteten Match, als jetzt zum Beispiel Seth Rollins gegen AJ Styles. Das bevorzuge ich dann doch mehr, also dieses. und kann dahingehend nur sagen, ähm, um gleich vielleicht zur Sternerate reizukommen, ähm, von der Matchqualität war das hier big. Also von der Matchqualität würde ich sehr weit hoch gehen, aber ich, ähm, muss es für mich abstufen von Bannung, Aufbau und, äh, Number One Contender, der wenig Sinn macht. Also, ich bin persönlich hier bei vier Sternen. Ich finde den Opener besser, deswegen bleibe ich bei vier. Ähm, glaube aber, dass Meltzer dieses Match geliebt hat. Ich glaube, das ist genau sein Match und ich denke, er wird es entsprechend hoch. Also ich denke mal viereinhalb hat er sicher gegeben. Ja, in der Tat, ich bin, was die Sterne angeht, bei dir, ähm, irgendwo zwischen vier, wohl eher vier ein Viertel, was die Klasse angeht, aber ich war eben nicht drin, aber man muss ja auch ein bisschen, äh, dann die Objektivität versuchen walten zu lassen und objektiv war da eben zu wenig. In Sachen, ähm, Vorfeldaufbau oder Spannung und es war dann auch nicht das Match, wo ich dachte, wow, what the fuck, das hat mich jetzt umgehauen. Nee, nicht annähernd. Ne, wie Omega Okada Teil 1 oder sowas. Das war, das stimmte der Rahmen natürlich auch, aber man hat mich das damals, äh, weggerissen, als ich es gesehen habe. Oder gefühlt jedes zweite Ischi-E-Match. Also das ist ja, ähm, die, die hauen mich einfach um. Und das hier war einfach, wenn du erwartest und weißt, was beide können, dann bekommst du das. So, ähm, deswegen vier, vielleicht viereinhalb, also ungefähr genau wie du, ne, also was die Sterne angeht. Ähm, Dave enttäuschte bei diesem Pay-Per-View nicht, er hat hier fünf Sterne rausgehauen. Was? Ja, Dave hat hier die Höchstwertung rausgehauen, was durch das, was du gesagt hast, auch komplett gestützt wird. Nämlich, äh, Dave wird dieses Match geliebt haben. Ja, und es war das typische Melzer-Match. Es waren seine Protagonisten, insbesondere Styles. Es war der Stil, konservativ, aufgebaut, bisschen New Japan drin, unter WWE-Banner, äh, floss wie aus einem Guss, weich und süß wie Zuckerwatte. Du kannst weiter essen, wenn du das eben magst. Und für Wrestling-Puristen wird das hier ein tolles Match sein. Aber für mich war es einfach zu sehr gutes Match, ohne, äh, überragend zu sein, ne? Also das ist bemerkenswert. Dave haut so oft fünf Sterne Matches ja nicht raus bei WWE. Ne, was waren das letzte? Gunther und Sheamus, oder? Ja, sogar, also nochmal, äh, das Match ist um ein Viertelstern besser bewertet worden als der Main Event von WrestleMania. Das muss man immer so als Relation, äh, nehmen. Und da war, gut, da war die Matchqualität vielleicht nicht so gut, aber die Geschichte drumherum. Und das ist bei Dave immer ein Faktor, ne? Wow, fünf. Fünf Sterne, das heißt, vier, drei Viertel, viereinhalb und fünf. Ja. In einem Pay-Per-View von fünf Matches. Alter. Das ist ja ein Pay-Per-View of the Year bei Dave. In der Tat. Und nur drei und dreieinhalb als Stinker, sozusagen, da könnt ihr mal die Durchschnittswertung ausrechnen. Da sind wir mal geschmeidig bei locker im Schnitt vier Sterne. Also das ist, äh... Ich bin sprachlos. Das ist eine Ansage, die der gute Dave hier raus... Nein, das war wirklich ein gutes Match, aber ich finde, da war null Spannung drin. 0,0 Prozent. Wir sind bei fast vier, ein Viertel Sterne im Schnitt, habe ich kurz überschlagen. Das ist saustark. Das ist eigentlich einer der besten Pay-Per-Views der letzten 20 Jahre. Ja, aller Zeiten, glaube ich. Also vielleicht Rescue Kingdom, vielleicht ein paar... Ja, vielleicht. Vielleicht ein paar AEW-Highlights. Also der letzte AEW-Pay-Per-View war wohl offensichtlich auch mit das Beste. Aber da gibt es immer so ein, zwei Stinker dabei, sozusagen. Und hier hat Dave wirklich durch die Bank weg, raus, geballert. Ja, der gute Rodeck merkt hier an Undertaker gegen Shawn Michaels bei Wrestlemania 25 vier, drei Viertel. Weißt du Bescheid? Ja, nett. Ja, an welches Match man sich wohl eher erinnert in 20 Jahren. Oder auch schon in 20 Wochen. Ja, ja. Also das war Backlash. Es war, wie gesagt, wirklich eine gute Show. Absolut. Gut, die Fans haben was Spezielles draus gemacht. Allein deswegen wird man es nicht vergessen so schnell. Und wie das eben so ist, ja, wenn etwas zum ersten Mal passiert, ist es meistens ein entsprechend historischer Rahmen. Und wenn jetzt jede zweite Pay-Per-View in Frankreich stattfindet, wird sich auch das natürlich relativieren. Ja, das ist nun mal so. Wenn etwas neu ist, dann ist es neu. Und das soll dem Ganzen aber auch bitte überhaupt keinen Abbruch tun. Ja, damit war die Backlash-Show vorbei. Man ist dann wieder rüber gejettet nach Amerika und hatte da auch eine Raw-Ausgabe, die sehr im Zeichen gefühlt von AEW stand. Damit meine ich viel Wrestling, sehr Wrestling-haltig, wenig WWE-Segment-mäßig. Die letzte Dynamite-Ausgabe soll so ein bisschen umgekehrt dazu gewesen sein, sprich etwas weniger Wrestling, dafür deutlich mehr Segmente. Wir halten uns da mal so ein bisschen kurz, wollen das aber nicht unter den Tisch fallen lassen, weil dafür ist es zu relevant, denn es gab eine King of the Ring oder Queen of the Ring Raw-Ausgabe, die wir hier, Chris, ich würde sagen, kurz durchgehen wollen, ohne uns in den Details zu verheddern. Du kannst ja gerne, wenn du magst, die einzelnen Matches kurz durchgehen, wir können so ein bisschen philosophieren, CM Punk hat ja auch McIntyre so ein bisschen wieder sich zum Herausforderungsobjekt erkoren, das war mal eine wrestlerische Ausgabe, was? Ja, also ich habe im Vorfeld auch gelesen, ich glaube, man hat sogar mit mehr Matches geplant, dann glaube ich, hat man ein paar gestrichen, aber das ist, glaube ich, wrestlerisch eine der, ja, am meisten Wrestling ausgestattetsten Raw-Ausgaben seit langem und, ja, eröffnet wurde sie mit dem Judgment Day, da gab es natürlich die Ungerahmtheiten, von denen wir gesprochen haben und Damien Priest hat sich da entschuldigt, es gab eine Gruppenumarmung, Verletzungspech in WWE kann man auch sagen, denn Bobby Lashley und McIntyre fallen im Moment verletzt aus, wurden beide rausgenommen vom Turnier und man möchte, man wollte Fimbalo als Sieger erklären durch Vorfeld, aber wir haben ja jemanden, der sich da bereit erklärt hat einzuspringen, nämlich Main Event Jey Uso und das war dann auch das erste Match und Jey konnte Fimbalo dann nach 13,5 Minuten besiegen, McIntyre kam auch heraus, um da einzugreifen, hat nicht erfolgreich funktioniert und der Schotte ist dann sehr wütend davon gefahren, dazu kommen wir noch, aber Jey Uso gewinnt und ist eine Runde weiter, du hast es schon gesagt, vielleicht kriegt er diesen Titel, für mich eigentlich geht da nichts an Gunther vorbei, aber vielleicht ist man im Main Event Zug angesprochen, Main Event Jey Uso Zug eingesprungen beziehungsweise eingestiegen und das möchte man jetzt durchziehen, ja, man wird sich zeigen, aber das war mal so die Eröffnung, dann hat man etwas gemacht, das unter Kevin dann ja unmöglich war, nämlich eine durchgängige Einspielung, wie McIntyre davonfährt und CM Punk hineinfährt mit einem wunderschönen Auto, wirft Pierce irgendwie die Autoschlüssel hin, als wäre er jetzt zuständig sein Auto zu parken und ja, er hat gesagt, du pass auf, spiel meine Musik auf, ich habe was zu sagen, Musik wurde eingespielt, alles in einem Bild und im Ring hat er jetzt nicht viel Neues gesagt, sagt, die Fans müssen ihm helfen, Twitter, sollen sie McIntyre darauf aufmerksam machen, dass Punk jetzt hier ist und auf ihn wartet, der Letzterer hat das wohl nicht gesehen, rechtzeitig von Joe war keine Spur, Punk hat eine Challenge angedeutet, wann das sein wird, keine Ahnung, aber er sieht ja eigentlich Matchfit aus, ob man das, ich glaube nicht, dass man es in Saudi-Arabien macht, wobei, man kriegt immer sehr viel Geld für hochrangige Matches, mal sehen, aber eine CM Punk Promo, muss ich sagen, so nebenbei, wenn man sagt, CM Punk, den hat man ordentlich an der Leine, der macht Sitz brav und gibt Pfötchen brav und ist jetzt im WWE-Schema angekommen, das, wogegen er lange Zeit gekämpft hat, aber ich denke, so ist es am besten, die Ruhe vor dem Sturm bei CM Punk vielleicht, mal sehen, wird abzuwarten bleiben. Es gibt dann auch das Queen of the Ring-Turnier in der ersten Runde, Io Sky, Gott sei Dank, mal einen Sieg für Damage-Control, gewann gegen Natalya, sie ist damit auch eine Reiter und dann gab es ein sehr gutes Match, zusammen und her, ein absoluter Match, nicht Empfehlung, schaut es euch bitte an. Erste Runde, Ilya Dragunov oder Dragunov gegen Ricochet, Dragunov hat gewonnen nach 16,5 Minuten, unglaubliche Spots, ich denke, letzte Woche haben wir gesagt, was er verspricht, das, was wir versprochen haben, hält der gute Mann und Ricochet ist natürlich da der perfekte Partner, Mann, dieser Spot vom obersten Ringseil der Mondsold, er landet auf den Beinen, landet auf den Beinen, dann gibt es da diesen Suplex und die Intensität, die wir angesprochen haben, ich weiß, viele Wörter gehen hier ein bisschen unter wie die Titanic damals, aber Dragunov ist die Intensität in Person, im Wörterbuch steht unter Intensität Ilya Dragunov, das ist unglaublich, der Typ, ich freue mich, ich freue mich, dass er hier gewinnt und vielleicht erleben wir Gunther gegen Dragunov im Rahmen dieses Turniers, vielleicht sogar im Kino. Queen of the Ring, erste Runde, Zoe Stark gewann gegen Ivy Nile, ein bisschen random, aber gut, Zoe hat viel verloren, soll sie mal gewinnen. Dann ging es weiter Backstage mit dem Judgment Day, da hat sich Kalito irgendwie verirrt, was ich gut finde, man vergisst unter der Triple H R nicht, was passiert ist, denn Damien Priest hat nicht vergessen, dass Kalito ihm damals in Puerto Rico das Match gekostet hat, deswegen hat er ihn auch hier rausgeworfen, finde ich gut, so ein kleiner, aber wichtiger Aspekt. Chad Gables heel turn, stottert weiter vor sich hin, gewinnt zwar, aber nur durch Eingriff und Sammy Zane hat dann auf beide versucht einzuprügeln, ja, für mich jetzt schon wieder alles an Fahrt verloren, was man durch dieses wunderbare Segment vor zwei Wochen hinbekommt. Sit-down-Interview mit Becky, sie freut sich über neun Damen, die durch den Draft zu Raw gekommen sind, sie freut sich auf diese Herausforderung, Liv Morgan hat sie unterbrochen, hat gesagt, du pass auf, hier wird nicht viel Neues sein, ich bin in meiner Revenge-Tour, ich möchte diesen Titel und die wurden gleichzeitig unterbrochen durch Damage-Control, die haben einen Beatdown angedeutet, Liv hat sich mal ziemlich schnell verabschiedet, wollte da nichts von diesem Stück Kuchen haben, aber Lyra Valkyria umso mehr und beiden Valkyria und Becky haben Vergangenheit, Valkyria durfte oder konnte sogar Becky besiegen. Danach hat sie Dakota Kai einfach mal besiegt, buh, finde ich nicht gut, aber macht wohl Sinn, damit eine Runde weiter und im Main Event der Klassiker, Gunther gewann gegen Shemes auch absolute Empfehlung, meine Damen und Herren, das war ein absolutes Schlachtfest, also die geben sich gar nichts, Shemes glaube ich hat ein Bild auch gepostet in sozialen Medien, man seine Brust sah aus wie verschiertes Hackerl, das war wirklich unglaublich. Gunther ist weiter und deswegen bleibt bei mir die Hoffnung, dass er das Ding auch gewinnt, wobei Dragunov natürlich auch da aufbäumt. Es wird noch weitere Matches geben, ist wie gesagt ein sehr großes Turnier, sehr unüblich, aber ich finde so eine Raw-Ausgabe, wo man jetzt nicht so viel zwar vorangebracht hat, Storyline-Technik, bis auf Punk und Drew vielleicht, dennoch aber ganz cool. So ein Turnier währenddessen, hin und wieder ein paar Backstage-Segmente, Interviews, sowas schaut man natürlich sehr angenehm durch, deswegen finde ich diese Raw-Ausgabe eigentlich sehr, sehr gut, also hat mir gefallen. Ich mag ja Turniere sehr gerne, vor allem, wenn sie irgendwie auch mehr Sinn haben als irgendwie so, ja, machen vier Leute mit, was. So kriegen viele ihr Spotlight und es war wirklich gutes Wrestling dabei, also bitte Dragunov gegen Ricochet unbedingt ansehen, ihr werdet es bereuen. Das sind fünf Sterne-Matches, meine Damen und Herren, aber muss ich sagen, hat Spaß gemacht, eine coole Ausgabe von Night Raw. Kurz zur Ergänzung und vor allen Dingen zum Vergleich, Meltzer hat natürlich auch diese Matches mit Stern bedacht und Gunther gegen Sheamus, vier, Dragunov gegen Ricochet, viereinhalb, so und da bin ich, was die Emotionen angeht, deutlich investiert, investierter als Skip Styles gegen Cody, da bin ich vollkommen bei dir, also das ist sogar Dragunov gegen Ricochet, das müsst ihr, das müsst ihr nicht, aber das ist wirklich eine absolute Watch-Empfehlung. Das war ein Brett, Wahnsinn. Also der Junge, das hast du sehr schön gesagt, wenn du unter Intensität im Wörterbuch nachguckst, da siehst du ein Bild von Ilja, so nach dem Motto, das ist schon heftig und Gunther gegen Sheamus haben sich mal richtig aufs Met gegeben, leider reicht es nicht ganz, um an Bayley, Naomi und Tiffy ranzukommen, da fehlt noch ein halber Stern, wisst ihr Bescheid, ja, also da kann sich Dave nur vertippt haben, anders kann ich das nicht erklären, weil, ja, also, wir wollen das nicht weiter aufdröseln, vielmehr wollen wir die heutige Show langsam zu Ende bringen, wie schon gesagt, also WWE hat dieses King of the Ring jetzt doch deutlich interessanter und auch deutlich größer aufgezogen, als wir das in der Vergangenheit unter Vince McMahon, ich sag das einleitend, ganz oft erlebt haben, ich bin sehr, sehr gespannt, was man hier macht, für mich geht auch, ja, es gibt zwei, die ich hier tatsächlich sehe, ich sehe Jey Uso nicht als Sieger dieses Turniers tatsächlich, ich sehe entweder Gunther oder Dragunov tatsächlich, also, und beide fände ich auch richtig oder gut, weil Gunther musst du auf den Weg bringen Richtung Rawlins Titel, den muss Gunther einfach halten, er ist der einzige für mich, der diesem Titel derzeit was geben kann, die leicht Ilja, für den wir in King of the Ring gewinnen, ein Stück weit einen Paukenschlag, bei dem man hofft, dass er nicht dann irgendwie im Weiten nichts von WWE verheilt, sondern, dass nach dem Paukenschlag dann der nächste Paukenschlag sozusagen kommt, also für mich wirklich Gunther und vielleicht Ilja sind so diejenigen, Braun, vielleicht auch Braun Breaker, warum nicht einfach mal ein frisches Gesicht auf diesen Titel setzen, ich meine, vergleicht einfach mal Gunther, Entschuldigung, Sheamus, Jey Uso, wie sie alle heißen, im Vergleich mit Gunther, Ilja oder Braun Breaker, das ist einfach frisch, gib doch mal den Titel, und das sind ja auch keine No-Names, die haben doch bei NXT schon überragende Matches gezeigt, Ilja gegen Gunther schon bei NXT UK überragende Matches gezeigt, ne, Ilja war gar nicht bei NXT UK, oder? Doch, 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 natürlich, was zähle ich denn da, Logo, lass die doch mal da ran, es ist ja nicht so, als ob du jetzt hier das Experiment mit Jade Cargill eingehen würdest, ja, das wäre, das wäre lost, wenn du ihr den Titel geben würdest, das wäre ein Riesenproblem sozusagen, ja, aber wie gesagt, ich befürchte eben nicht, dass das soweit kommt, aber wir wollen mal abwarten und das Beste hoffen, Chris, hast du noch was zu ergänzen zu dem, was wir besprochen haben? Ja, also ich befürchte, man wird wahrscheinlich mit Jey Uso im Finale gehen, einfach, ja, ich glaube, das ist irgendwie so das WWE-Schema, ist irgendwie over gerade und Flavor of the Month und ich denke, dass WWE Dragunov gegen Gunther als zu kahl ansieht, ich glaube, das ist ihnen einfach, ich glaube, wir sehen da Gold, bei ihnen ist das so, ja, wird ein gutes Wrestling-Match, aber wir brauchen irgendwie Entertainment und ich glaube, das ist dann der Grund, warum Jey Uso da ins Finale kommen wird, gegen einen der beiden, hoffe ich mal, wie du schon richtig gesagt hast, das wäre doch mal eine super Sache, wenn man aus diesem Turnier mehr rausholt als Sieger wie Xavier Woods und Selena Vega, ohne den beiden zu nahe zu treten. Wenn du mit guten Siegern und einem gescheiten Turnier auftrumpfst, dann bekommt das Ganze natürlich für die Jahre wieder ein Status und naja, ohne King of the Ring hätten wir wohl auch Stone Cold Steve Austin in dieser Form, wie man ihn kennt, auch nicht bekommen. Also hoffe ich mal, dass man in ähnliche Wässer dann schwimmen wird mit diesem Turnier. Ja, bin ich bei dir. Der Gruß der Woche geht raus an Rigel, natürlich, er hat, natürlich, er achtet ja ganz genau drauf, was Chris und ich sagen und ich habe das Gefühl, er geiert immer darauf, dass wir möglichst einen bescheuerten Spruch bringen und Chris und ich enttäuschen selten, was sowas angeht. Diesmal bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Er hat es natürlich auch uns wie immer unter die Nase gerieben, er hat uns nicht gemenschen, das hätte er mal machen sollen, aber ich habe es natürlich trotzdem gefunden. Er zitiert mich wie folgt, manche Namen wird man einfach nie wieder im Leben vergessen. Zum Beispiel, na, wie heißt er denn jetzt nochmal? Dankeschön. Ja, da hat er mich natürlich erwischt, dass ich sage, nie vergessen und dann komme ich nicht drauf. Er sagt dazu nur pures Podcastgold, ach, lass mich doch in Frieden. Ja, ansonsten die üblichen Verdächtigen, DDP81, der Hitman, der sich sehr über die neuen Themes von Baby und Styles aufregt. Gunther, mich hier sein herzlich gegrüßt und ich glaube, damit habe ich im Board alle, die zur alten Garde gehören gegrüßt. Startseite gab es keine Kommentare. Ich weiß nicht, Chris, hast du auf YouTube noch den einen oder anderen? Wir haben ja so viele auf YouTube irgendwie. Die meisten Kommentare sind Kommentare zur Show. Ja, ich weiß nicht, Chris, hast du da irgendwas noch? Ja, es sind sehr viele zu der Crowd, die sich geäußert haben. Also, Iroko, Crowd, IPL, Crowd, Schmetterlingsnacht, Fanti, Crowd, super. Was gibt es da noch? Ja, Sandstone, es gibt da ein paar Hinweise, wo man mit Liv Morgan und Dirty Dom ein bisschen spielt, ja, da im Hintergrund hat man gesehen, wie Liv quasi aus dem, ich weiß nicht, ob das das Clubhouse war, herauskam und gleich danach war dann auch Dom zu sehen. Vielleicht da eine Story mit Rhea Ripley, die man andeutet. Sonst sehr viel, die die Show bei Monday Night Raw auch gut fanden, feiert haben. Gordon Tramsey, Illya ist gerade erst in den Hauptshows angekommen, den sehe ich noch nicht ansatzweise wie bei einem Shameless, der nun schon seit ehem Jahren dabei ist. Ja, und sonst natürlich wieder sehr viel Backlash. Deswegen ist natürlich wieder über 70 Kommentare, dahingehend wieder vielen, vielen Dank. Und ich werde hier noch vielleicht einfach ein paar nehmen. Vibe Waves Raw-Ausgabe war großartig. Aurea Nana, sie versteht die Kritik an Cargill nicht, vielen Dank. Was noch? Musu Ara, er hat sich das Tag Team, Women's Tag Team Champions zur Normalzeit reingezogen. Cargill und Bel-Air Tag Team Champions, dazu sind die beiden das coolste Women's Tag Team, das WWE je hatte. Match hat ihm gefallen, anders andere interessiert ihn nicht. Und sonst, ja, Spechter wird gegrüßt, Phenomenal One, Clemens Spiegler, Linkstart, Professor Kuromaro, Disgusting, Belkin und die anderen kommen im Laufe der nächsten Wochen auch dran, das würde wieder den Rahmen sprengen. Es ist unglaublich, dass sich das hält, auch nach Mania. Deswegen vielen, vielen Dank, meine Lieben und macht gerne weiter so. Vor allem, ich wäre ja interessiert, ob alle das 4,5-Sterne-Match im Triple-Fret-Match gesehen haben oder ob wir beide so blind sind. Ja, und ich bin gespannt, wie viele von den Usern, echte Users und wie viele WWE-Bots, also vielleicht will ja WWE irgendwie die Diskussion da auf den hohen Seiten entfachen und ich meine, wir schicken ja unsere KI mit Stefan immer zum Gegenschlag sozusagen raus, ja, vielleicht hat ja WWE auch eine KI gemacht und will jetzt mit einer Kommentarflut die Podcasts irgendwie capturen. Wir werden das weiter beobachten, aber unsere KI Stefan wird die Sachen schon rausfischen und auf Sicht werden wir das irgendwie analysieren und euch berichten, ja. Die User sind natürlich allesamt ganz, ganz herzlich gegrüßt, die uns zuhören in echt und die Bots, ach, die grüßen wir gleich mit, wo wir schon dabei sind, vielleicht sind ja auch ein paar Bots dabei, ein Bot ist ja auch nur kein Mensch und ein Bot will auch gegrüßt werden, das haben wir jetzt gemacht. Ja, ich würde sagen, Chris, wir kommen zum Ende, wünschen euch ein, ja, ein schönes Wochenende, ist ja schon Freitag, ja, und kommt gut rein, wir haben hier blendendes Wetter, wie ist denn bei euch in München, wir haben hier richtig Sonne. Großartig, es war kurze Zeit nicht so schön, aber die Sonne strahlt mir ins Gesicht, also werde ich das auch gleich ausnutzen. Ja, ich auch, ich gehe gleich wieder raus, Chris strahlt sie ins Gesicht, manchen strahlt sie vor Glück woanders heraus, das ist uns alles egal, Hauptsache ihr seid gut gelaunt, hört bei uns ab und zu wieder mal rein, wir freuen uns auf nächste Woche, da gibt's vielleicht schon Neuigkeiten in irgendwelcher Hinsicht zu berichten, beim King of the Ring werden wir schlauer sein und vielleicht passiert ja auch das eine oder andere abseits des Rings. In diesem Sinne, macht es gut, tschüss, tschüss, tschau. tschau.